Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Es ist wieder Zeit für die Shots und ich möchte euch wie immer gerne ein bisschen einführen in das, was jetzt kommen mag. Zum Beispiel kommen wir zu der Geschichte hinter How to Sell Drugs Online Fast mit Shiny Flakes. Dann werden einige Helden der Kindheit wiederbelebt mit Tom und Cherry und irgendwo hinten dran wird sich die Frage gestellt, wem gehört eigentlich mein Dorf, da geht es dann auch ein bisschen politischer zu. Alles in allem ist das eh nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube wir haben heute insgesamt zehn Besprechungen und die sind alle relativ gleichwertig. Wie ihr das von uns gewohnt seid. Wenn ihr Kritik für uns habt, dann lasst ihr auf eurer Plattform eures Vertrauens sofern möglich in den Kommentaren stehen. Wir lesen das dann durch und versuchen sie umzusetzen. Andererseits könnt ihr uns natürlich unterstützen mit Abos und Mund-zu-Mund-Propaganda, geht auch. Und wer ein paar Cent übrig hat, in den Shownotes unten findet ihr, wie ihr uns ein paar finanzielle Obuli zukommen lassen könnt. So weit, so gut, das war es von mir und jetzt viel Spaß mit meinen Kollegen. Bis denn. Tschöö. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Heute soll es um eine ganz besondere Doku gehen und zwar um Shiny Flakes, die auf Netflix läuft. Ich selber habe die aber gar nicht gesehen, sondern der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Du hast dir die Doku angeguckt, aber das nicht ganz ohne Hintergrund. Worum geht es denn dabei? Das ist die Geschichte über den wahren Drogendealer, den man aus How to Sell Drugs Online kennt. Also die Geschichte von Maximilian Schmidt aka Shiny Flakes, wie so sein Dealer-Name war. Das ist diese Serie, die Netflix jetzt neu aufgelegt hat, wo jetzt gerade die dritte Staffel lief. Ja, ja. Da lief gerade letzte Woche die dritte Staffel an. Und ja, da hat man sich dann halt gedacht, interviewt man mal den richtigen Maximilian Schmidt. Und ja, es ist eine recht interessante Story. Das Besondere an dieser Doku ist, man hat sein Kinderzimmer, von dem er das alles gemanagt hat. Also der hatte in seinem Zimmer gefühlt mindestens eine Tonne illegales Rauschgift, dass er über seinen selbst aufgemachten Online-Shop verkauft hat. Und damit hat er halt fast über einen Zeitraum von zwei Jahren in Leipzig relativ unerkannt dann, ja, seine Drogen vertickt. Und das fast im Alleingang. Und die Doku befasst sich dann mit ihm oder mit seinem Umfeld? Oder mit dieser Tat an sich? Also diesen Zeitraum, wo er das verkauft hat? Sie befasst sich mit ihm. Sie befasst sich aber auch ein bisschen mit den Ermittlern. Sie stellen die Situation teilweise nach. Und ja, auch die Ermittler kommen dann zu Wort und sagen, ja, da und da war man sich sicher. Das müssen mehrere Täter sein. So gut wie das Netzwerk organisiert war. Dabei war der arme Mensch fast komplett überarbeitet, weil er nur sich selber vertraut hat. Und ja, letztendlich ist er auch dadurch aufgeflogen, dass einer seiner Mittelsmänner von der Polizei gefasst wurde, während er da die Drogen hin und her gefahren hat. Das ist halt ganz dubios, aber er wurde halt dann trotzdem über so dumme, kleine Fehler gefasst. Und kommt er denn selber auch zu Wort in der Doku? Oder sind das wirklich die Ermittler, die da berichten? Nein, nein. Er kommt auch ziemlich zu Wort und man merkt, er zeigt keine Reue. Und vor allem, dass an ihm ein YouTuber verloren gegangen ist, weil er das in so einer trockenen Art erklärt. So abgebrüht, als hätte er da irgendwie einen Prank gemacht. Aber er hat halt wirklich ein paar einigen Leuten, nicht nur in Leipzig, sondern teilweise auch ins Ausland und über sie dann die Drogen organisiert. Und er selber fällt halt nicht so in das Klischee. Er hat nie Drogen selbst konsumiert. Er hat es einfach nur weiterverkauft, so für den Ruhm und die Ehre und so ein bisschen Geld. Man weiß bis heute nicht, wie viel er da noch an Bitcoins oder sonstiger Währung hat. Und die Ermittler haben halt echt gezögert. Die haben die ganze Zeit gewartet, dass sie mehr Leute erwischen. Und waren dann ganz verwirrt er auch. Das ist echt nur dieser alte Typie. Und ein bisschen wird dann auch kritisch hinterfragt, ob sie den vielleicht nicht ein bisschen zu hart angefasst haben bei der Stürmung seiner Bude. Sein Kinderzimmer haben sie auch nachgebaut. Und seine Mutter, die ist zu dem Zeitpunkt anscheinend ein Jahr nicht ins Kinderzimmer gegangen. Also die hatte auch keine Ahnung. Sie hätten zwar die Wäsche gewaschen, aber die hat er sich selber geholt. Hätte die da auch noch ein bisschen genauer geschaut, wäre da vermutlich was aufgeflogen. Und das kennen wir jetzt aus dieser Netflix-Serie. Also er hat zwar immer versprochen, es ist absolute Anonymität. Aber er hat diese ganzen Daten halt über eine Excel-Datei alle gesichert. Und sein Passwort war irgendwo auf einem Zettel irgendwo im Zimmer, als die Polizei das seine Bude gestürmt hat. Die haben dann einfach nur mit dem Zettel dann die ganzen Daten quasi schon griffbereit gehabt. Krass. Der Serie wurde ja vor allem am Anfang vorgeworfen, dass sie ein wenig zu lasch und zu positiv mit dem Thema Drogen umgeht. Kann man das bei der Doku auch behaupten? Bei der Doku, man sieht nicht viel von dem Drogenkonsum. Aber er sagt mal ganz hart, wenn ich es nicht den Leuten verkaufen würde, würde es jemand anderen. Und man kann mir nicht die Schuld geben, dass Leute süchtig sind. Also sagt er ganz trocken. Und ja, wird wahrscheinlich ein bisschen verharmlos. Vor allem er hat diese Drogen dann ganz stylisch auf seiner Playstation 4 oder so inszeniert für so einen Effekt. Und das ist halt anscheinend schon halb wie so ein Porno, wie so ein Mantik gewirkt hat. Dass die dann schon allein wegen den Bildern getriggert wurden und das erst recht gekauft haben. Und er hat das sowohl im Darknet als auch im normalen Internet verkauft. Sehr cool. Dann bevor wir zu der Endwertung kommen. Ja. Für die Leute da draußen seit dem 3. August auf Netflix zu sehen, die Doku. Es geht eine Stunde 37. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Und dir lieber Patrick einmal möchte ich gerne wissen, wie viele Drogenpäckchen von 1 bis 5 würdest du der Doku geben? Und dann überlasse ich dir auch direkt die letzten Worte. Also ich würde denen 3 von 5 Drogenpäckchen geben. Ich finde es halt ein bisschen befremdlich, dass man gerade ihm dann das nochmal so erklären lässt. Beziehungsweise, dass er sich selber nachspielt, wie er dann gefasst wurde und alles. Also das ist das Besondere an der Doku. Aber es ist auch so das, wo ich mich frage. Ist das denn jetzt wirklich so gut, dass er sich da selber so inszeniert? Und es wird auch schon irgendwie so ein bisschen so ein Teaser für How to Sell Drugs Online Staffel 4 quasi gelegt. Weil nachdem er frühzeitig aus der Haft entlassen wurde, gehen jetzt die Drogengeschäfte anscheinend wieder weiter. Und die Leute sind sich sicher, er hat jetzt wieder einen Online-Shop. Also ihr könnt euch bestimmt in 3-4 Jahren auf eine 4. Staffel von How to Sell Drugs Online freuen. In der Zwischenzeit werden die Macher eine Doku über den Wirecard-Skandal machen. Also eine Serie wahrscheinlich. Cool, dann vielen Dank und euch da draußen noch viel Spaß beim Zuhören. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Hallo, willkommen zur Besprechung von Tom und Jerry. Ich bin der Stu und heute mein Tom oder vielleicht heute mein Jerry ist der Max. Hallo. Darf ich es mir aussuchen? Das darfst du dir jetzt wirklich aussuchen. Ich bin mal nicht so. Also ich fand Tom sympathischer, deswegen nehme ich Jerry. Ich fand Tom auch immer als Kind sympathischer. Ich fand das immer total gemein, was ihm passiert. Ich meine, er wollte doch nur die Maus fressen, die irgendwie da in diesem Haus rum lief. Und Mäuse im Haus sind halt schlecht. Naja, okay. Wie ihr jetzt gleich gemerkt habt, reden wir über Tom und Jerry. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Ist egal. Wir können es nochmal erwähnen. Aber über die 2021er-Version, die jetzt ins Kino kommt. Genau. Es gab schon mal in den 90ern, frühen 90ern einen Kinofilm. Den habe ich sogar damals im Kino geguckt. Der bei den Fans aber nicht gut ankam. Unter anderem, weil die beiden Hauptfiguren plötzlich sprechen. Das tun sie jetzt in dem neuen Kinofilm nicht. Ja, ob das jetzt wirklich gut ist, das werden wir in den nächsten Minuten ausklamüsern. Aber bevor wir das tun, kannst du uns kurz sagen, Max, worum es in Tom und Jerry geht. Es geht um Chloe Grace Moretz. Die spielt die Anfang 20-jährige Kayla. Und sie verliert ihren Job und fängt dann in dem Hotel an. Und in diesem Hotel ist dann die große Promi-Hochzeit des Jahres. Und sie schleicht sich da mehr oder weniger zu einem, ja, etwas, ich würde schon sagen, höher angesiedelten Job. Nämlich sie kommt da in die Eventplanung mit rein. Und blöderweise kommen zu dem gleichen Zeitpunkt auch Tom und Jerry in das Hotel. Und die zerlegen das Hotel dann eben nach Tom und Jerry-Money. Und sie versucht das zu verhindern. Punkt. Vielen Dank. Was ich seltsam fand an dem Film ist, dass er zwar Tom und Jerry heißt, dass ich aber über weite Strecken das Gefühl hatte, dass Tom und Jerry eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ging es dir da ähnlich? Naja, es ist Kayla, der Film. Er handelt tatsächlich von dieser jungen Frau. Und die beiden, ja, Maus und Katz sind mehr oder weniger so ein bisschen vielleicht immer wieder, um gewisse Events anzustoßen. Aber ansonsten, es hätten jetzt anstatt Tom und Jerry hätten das jetzt auch zwei, keine Ahnung, ADHS-Kinder sein können. Es ist zwar ganz schön, fand ich, dass sie die jetzt nicht so in modernen 3D-Animationen in den Filmen integriert haben. Also die sehen halt wirklich klassisch aus. Und der Humor ist halt auch klassisch Tom und Jerry. Aber so aufgedunsen auf so 100 Minuten, finde ich, ist das echt anstrengend. Das ist echt anstrengend. Wirklich. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wann, also irgendwann mal kam ja dann tatsächlich dieser Punkt, an dem du dir dann im Kino ein bisschen leidest, weil dir der Film einfach zu viel wird oder zu langweilig ist oder du einfach ein Ende herbeisehnst. Und ich glaube, da war ich tatsächlich irgendwo in der Mitte, kurz bevor das große Event irgendwie stattfindet. Jetzt ist es aber so, dass dieses Event natürlich stattfindet, aber danach geht der Film dann trotzdem nochmal weiter. Und das Aufgedunsen trifft es ganz gut. Wir müssen ehrlich sein zu uns, Max. Das ist halt ein Kinderfilm. Ja. Durch und durch ein Kinderfilm. Und wir beide haben die Pubertät ja, glaube ich, ja, letzten August endlich hinter uns gebracht. Mit Schmerzen. Ja. Wir sind nicht das Zielpublikum. Trotz allem hatte ich manchmal das Gefühl, dass der Film die Kinder auch ein bisschen für dumm hält oder zumindest glaubt, dass Kinder eine Aufmerksamkeitsspanne hatten von zwei Minuten, weil immer wieder tauchen in diesem Film so zwei animierte Tauben auf, die das erzählen, was in den letzten zehn Minuten passiert ist. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Siehst du, die habe ich wahrscheinlich gekonnt irgendwie ausgeblendet. Ich wusste nur, weil die auch zu Beginn irgendwie reinkommen und ich die Animationen da dann auch ein bisschen nicht ganz so schön fand und die dann auch mehr oder weniger nur der Träger der Musik waren. Da wusste man schon, dass das irgendwie so ein Film ist, der ganz viele Finanziers irgendwie hat und ganz vielen Leuten versprochen hat, dass der Song da vorkommt oder hier da mal irgendwas vorkommt und irgendwie so dieser Charme, den Tom und Jerry, wenn man, ich sag mal, eine Hommage gemacht hätte, dann wäre es natürlich sehr charmant gewesen, aber irgendwie war es dann doch nur so ein sehr unzeitgemäß wirkendes Zusammengefrickel von Real und Zeichentrick. Ja, es hat also für uns nicht funktioniert. Glaubst du denn, dass Kinder mit dem Film wirklich ihren Spaß haben? Weil, ich meine, Tom und Jerry, als wir Kinder waren, waren die halt immer noch sehr populär. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die in den letzten 10, 20 Jahren noch wirklich eine Art von Relevanz hat im Bereich der Kinderunterhaltung. Ich hatte mit Kindern zu tun, in der letzten Dekade einen Jungen und ein Mädchen mit aufwachsen sehen und die haben sich dann doch schon, wenn sie mal einen Opa besucht haben oder so, haben sie sich dann schon hingesetzt und Tom und Jerry geguckt. Also ich glaube, dass diese Art von Zeichentrick, Slapstick schon noch gut ankommt. Ich bezweifle aber tatsächlich, dass du damit länger als eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde Kinder davor bewahren kannst, ist, dass sie das Kino auseinandernehmen. Okay, hast du noch irgendwas, was du so Tom und Jerry loswerden möchtest? Eine Sache finde ich tatsächlich sehr schade und zwar ist es so, ich fand den schauspielerisch einfach auch sehr mies. Ich meine, gut, ja, es ist ein Kinderfilm und da zieht man die Fresse vielleicht ein bisschen grimassiger. Aber tatsächlich, also das, was die beiden Hauptdarsteller Michael Peña, der mit dem Film mehr oder weniger eigentlich offiziell gesagt hat, ich nehme meine Karriere jetzt nicht mehr ernst. Und Chloe Grace Moretz, also ich weiß nicht, die ist dann, entweder sind sie fehlbesetzt oder, keine Ahnung, sie sind einfach für diese Art von Slapstick-Humor, fand ich, ich fand sie nicht gut. Die haben mich mehr genervt. Ja, mich auch. Gut, dann fänden wir mal ein Fazit und vergeben einfach mal Tauben, hätte nichts Besseres ein. Ich möchte vorausschicken, also, dass das jetzt eine Bewertung ist von zwei alten Säcken, für die der Film auch nicht gemacht worden ist. Wenn ihr Kinder habt und die wollen den gucken, dann, ja, gönnt ihnen das mal. Kino für Kinder ist immer schön und vielleicht geht ihr besser nicht mit rein. Das wäre meine Empfehlung. Ich, von meiner Perspektive aus, kann dem Film nicht mehr als eineinhalb Tauben geben. Ich fand den wirklich schwach, aufgedunsen und auch sehr nervtötend. Ich weiß gar nicht, was ich damals Doolittle gegeben habe. Ich glaube, auch eineinhalb. Dann würde ich dem auch eineinhalb geben. Das ist so in etwa gleiche Liga, finde ich, vom Nervigkeitscharakter. Und ja, ich glaube, ein Punkt von dem eineinhalb kommt wirklich daher, weil ich sage, okay, wenn ich nicht das Zielpublikum bin, dann starte ich schon mal nicht bei Null, sondern bei Eins. Das ist der Fairness-Häuber. Fair geht vor. Ja. Ja, das war's von uns. Unsere Besprechung zu Tom und Jerry ist hiermit beendet. Aber keine Angst, es gibt noch viele weitere Besprechungen hier beim Tele-Stammtisch. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich sage Tschüss und das gleiche darf der Max jetzt auch machen. Tschüss. Tschüss. Wir haben uns heute in den Schwarzwald begeben, um den neuen Film Albträumer zu besprechen. Das ist zum einen der Nico. Hallo Nico. Hallo Marco. Genau, und ich bin der Marco. Und wir besprechen heute den Film Albträumer. Das ist ein Film von Philipp Klinger. Ein deutsches Drama mit seichten Mystery-Elementen, würde ich mal behaupten. Und in den großen Hauptrollen haben wir auf jeden Fall Sarah Mahita und Bela Gabor Lenz. Ja. Nico, magst du uns einmal erzählen, worum es denn in Albträumer geht? Genau. In Albträumer geht es darum, also Rebecca, gespielt hier von Sarah Mahita, was du ja schon gesagt hast, Rebecca kämpft so ein bisschen mit dem Suizid ihres Bruders. Der hatte sich vor zwei Jahren suizidiert, auch in einer ganz komischen Geschichte mit einem weiteren Jungen, die sich da irgendwie kennengelernt haben und ganz viel gemacht haben. Und dann gipfelte das irgendwann in diesem Suizidversuch von den beiden. Der eine, Vincent, also hier gespielt von dem Bela Gabor Lenz, der überlebt diesen Suizid. Und dadurch kommen halt ganz viele Ungereimtheiten auf den Tisch und für die Familie. Und dieser Vincent soll auch psychisch irgendwie labil sein oder psychisch krank sein, soll in einer geschlossenen gewesen sein. Und die Familie legt das so ein bisschen aus, als würde er sie terrorisieren und provozieren. Also das stimmt auch so ein bisschen. Also am Anfang sieht man die Beerdigung oder nicht die Beerdigung. Genau, man sieht, wie die Familie da am Grab steht, am zweiten Todestag von dem Bruder, der Dennis. Und da läuft er dann natürlich auch ganz zufällig vorbei und diese Rebecca geht dann zu ihm hin und spricht mit ihm. Und so nimmt das alles seinen Lauf. Und jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen, das entwickelt sich dann ein bisschen anders, als man das vielleicht hätte geglaubt von einem jungen Mädchen, was immer noch um seinen Bruder trauert. Genau, also da passiert dann ganz viel im weiteren Verlauf. Ja, ich glaube, so viel kann man sagen. Sie lässt sich halt doch schon sehr auf Vincent ein. Und wir haben halt extrem viel irgendwie, dass wir sagen, wir begleiten jetzt die Rebecca, wie sie sich dem Vincent irgendwie annähert. Und ihre Familie hat da ja überhaupt gar keinen Bock drauf und möchte ja eigentlich eher so dieses normalbürgerliche Aufrechterhalten. Sie möchte, beziehungsweise vielmehr der Vater, die Mutter, die hängt eher am Weinglas oder so. Der Vater möchte irgendwie das Leben weiterleben und die Rebecca sucht halt irgendwie noch ihren Platz in der Welt. Und das versucht sie halt mit Vincent irgendwie scheinbar zu machen. Wie so ein kleines Coming-of-Age-Drama, so ganz in ein Jahr irgendwie gepackt. Die steht nämlich kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Und das, was du schon sagtest, also der Vater versucht ja diese ländliche Idylle oder dieses Dorfleben so ein bisschen aufrecht zu erhalten, indem er das relativ gut totschweigt, was auch vorher mit diesem Dennis passiert ist und welche Entwicklungen er durchgemacht hat. Und damit kommt die Tochter nicht so ganz klar und versucht natürlich die Hintergründe zu erfahren, warum jetzt das und das passiert ist und nähert sich halt, was du ja sagst, diesem Vincent sehr viel, sehr viel mehr an, als den Eltern wahrscheinlich lieb ist. Ja. Wie fandst du die Story so im Großen und Ganzen? Ich fand die Story ganz gut. Ich fand auch dieses, das Thema, was dann auch so angesprochen wird, das kommt zwar relativ selten irgendwie zur Sprache, also wirklich ausgesprochen. Eine sexuelle Neigung, sage ich jetzt mal, wird eher nur sporadisch angesprochen, aber man weiß relativ schnell, worum es geht. Und das habe ich dann auch so ein bisschen als gesellschaftskritisch schon fast aufgefasst. Also der Film hat eine ganz andere Message, als man hätte vielleicht vom Titel geglaubt. Also ich hätte mir jetzt, also ich hätte mir unter Albträumer, hätte ich mir einen schnellen Thriller, vielleicht auch ein bisschen Horrorelemente vorgestellt. Und da wird man nicht enttäuscht, aber man wird eines Besseren belehrt. Sagen wir es so, also es ist nicht schlimm, dass das so ist. Also man kann da schon ganz viel draus lesen und mitnehmen. Also ich würde das schon sehr, sehr gut gekonnt, gesellschaftskritisch auslegen, dem Regisseur. Ja, stimme ich dir zu. Also Albträumer an sich suggeriert ja wirklich, ja, ich hätte vielleicht sogar tatsächlich ins Horror-Genre im Vorfeld so ein bisschen gepackt. Das ist es nicht wirklich, auch wenn wir so einen Strudel haben, wo die Rebecker reingezogen wird und für die Eltern es wahrscheinlich der pure Horror sein muss. Aber an sich halt nicht. Ich finde, er spielt halt in der Inszenierung manchmal so. Du hast halt so manchmal krasse intensive Momente, gerade zum Ende. Also das Ende an sich, das war auch sehr intensiv so. Das hat mir auch sehr gut gefallen, ohne da wirklich irgendwas vorwegzunehmen, weil das schon auch überrascht und von der ganzen Atmosphäre und von der Stimmung her kommt. Also es ist auch düster. Ich sage mal, wir haben auch so Black Metal oder Metal. Ich weiß keine Ahnung, welche Untergenre ist. Das ist nicht meine Musik. Ich kategorisiere es ins Metal. Und es ist schon düster an sich, ohne wirklich Horror oder Harder Thriller zu sein. Es ist wirklich so ein Coming-of-Age-Drama mit Mystery-Elementen. Und ich finde, das erzählt er wirklich gut. Also mir hat die Geschichte an sich sehr gut gefallen und halt auch die schauspielerische Leistung der beiden. So fand ich wirklich sehr gut. Man sagt ja oft so, das deutsche Schauspiel wirkt so Hölzern und sowas. Das fand ich hier gar nicht. Ich fand das wirklich sehr nah, sehr authentisch und einfach wirklich ganz toll. Das fand ich auch. Wenn man sagt, das deutsche Schauspiel wirkt vielleicht ein bisschen Hölzern. Ich meine, wir Deutschen sind auch Hölzern. Also wir sind einfach so ein zurückhaltendes, erst mal abchecken. Aber das stimmt. Also dieser Vincent wurde schon sehr gut gespielt. Beziehungsweise hat man halt einfach gemerkt, was er, also der ist super rübergekommen. Also man hat wirklich gemerkt, was das für ein Teenager ist, was den bewegt oder was auch den nicht bewegt. Und er möchte auch so ein bisschen, das hatte ich im Vorfeld schon mal gesagt, also dieses Edgy-mäßige, was dann natürlich sehr klischeehaft porträtiert wird in Form von Kleidung und Haarstyle. Also das war, fand ich auch sehr gut, die schauspielerische Leistung. Auch von ihr, wenn sie da teilweise so erschrocken irgendwie gestarrt hat oder auch wenn sie da dann sich hinsetzt und so ein bisschen in die Musik auch reinfindet. Da geht es auch ganz viel um Musik, was ich auch super, super cool fand, was du ja schon gesagt hast, dieser Metal. Ich würde es auch teilweise als Black Metal bezeichnen, was man auch an den Klamotten beziehungsweise an den T-Shirts, den Band-Shirts sieht. Und eingespielt wurde es dann aber von einer deutschen Death-Metal-Band, habe ich gelesen. Achso. Disbelief heißt die. Aber man, ich weiß, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Aber ich fand es gut. Musik war gut. Es hat viel mit Musik zu tun, genau. Ja, das stimmt. Es kommt nochmal so eine ganz besondere Stimmung auf jeden Fall rüber, ja. Ja, genau. Hast du noch einen Punkt, was du ansprechen würdest wollen? Sonst können wir ja zum abschließenden Fazit kommen und ob wir den Film empfehlen würden oder nicht. Und dann vergeben wir doch einen Traumfänger einfach. Das ist eine gute Idee. Eine Wertung. Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich habe die Gesellschaftskritik angesprochen und den Edgy Metal Teenie. Genau. Ich würde dem Albträumer würde ich tatsächlich drei bis dreieinhalb Traumfänger vielleicht noch mit ein bisschen Tendenz nach oben geben. Also ich kann mich da noch nicht ganz entscheiden. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich würde jetzt nicht sagen, ich schaue ihn mir nochmal an. Aber ich würde ihn sehr gerne empfehlen, dass Leute sich den anschauen. So, dann sagen wir dreieinhalb. Dreieinhalb Traumfänger. Ich bin, glaube ich, ein Ticken besser. Ich vergebe vier von fünf Traumfängern. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ich mag das Schauspiel. Ich mochte die Atmosphäre, die er aufgebaut hat. Gut, der Soundtrack, der war, ist jetzt nicht meine Musik, hat aber sehr gut dazu gepasst halt einfach. Und ja, ich kann ihn auch nur wärmstens empfehlen. Also wenn man mal wirklich vielleicht auch einen anderen deutschen Film sehen möchte, dann auf jeden Fall den mal angucken. Aber ich finde ihn auch generell so als internationale Produktion mal zu betrachten, finde ich ihn eigentlich ein sehr gutes Coming-of-Age-Drama und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, finde ich auch. Okay, dann sind wir durch und ich verabschiede mich und sage Tschüss und viel Spaß bei den weiteren Besprechungen. Dankeschön. Ich verabschiede mich auch. Macht's gut. Ciao. Das wäre eine ganz schnelle Runde, ganz schnelles Spiel. Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, lieber gemütliches Sit-In und ein Bierchen oder voll auf die Wurst, so wie früher vor 30, 40 oder auch 20 Jahren? Eher in Ruhe. Ich bin der gemäßigtere Typ mittlerweile. Früher Party, jetzt gemäßigt. Ohne ihn gesehen zu haben, denke ich dann, dass du für den neuesten Film von und mit Josh Duhamel oder Duhamel Body Games auf die Säcke, fertig, los, vielleicht nicht ganz einer der Freunde dieser Hauptfigur wärst. Der Film startet am 12. August 2021 in unseren Kinos, hat eine Lauflänge von 97 Minuten und, für eine Komödie sicherlich ungewöhnlich, eine FSK-Freigabe ab 16. Sven, magst du unseren HörerInnen mal die Inhaltsangabe spendieren? Also, jedes Jahr treffen sich die fünf Freunde zu den Body Games. Das ist eine Reihe von pubertären und sinnlos gefährlichen Spielen. Jedoch nach einem Unfall wird's pausiert, aber nach fünf Jahren werden die Spiele wiederbelebt, da einer der Freunde sehr depressiv geworden ist. Und die Mutter bittet, dass man diese Games doch wieder belebt, damit die Lebensfreude in ihren Sohnemann zurückkehrt. Und ja, dann geht's los. Nun ist der Film, das habe ich vorhin verschwiegen, schon von 2019 und kommt jetzt natürlich auch Corona-Pandemie-bedingt erst 2021 in die Kinos. Sven, hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Oh, es gibt mehrere Gründe, glaube ich. Einmal, dass man nicht wusste, ob man den Film überhaupt ins Kino bringt, weil, ja, die Kritikpunkte kommen ja später. Ansonsten, ja, vielleicht haben sie auch gedacht, gut, den haben wir jetzt so lange in der Pipeline, jetzt hauen wir es raus. Hauptsache, wir kriegen noch ein bisschen Geld. Ist das denn von Joshua Hammel als Regie-Debüt eine gelungene, zumindest eine gelungene Regie, würdest du das heranführen? Nein. Definitiv nein. Kurze Antwort. Ja. Es gab ja mal eine Zeit, so Mitte der Nullerjahre, da erschien es ja so, als sei der so der kommende Star. Also Primetime-Serie, Las Vegas, Transformers, Blockbuster, bla bla bla. Ich glaube, der hat auch eine Daily Soul gespielt in den Staaten. So eine Art A-Lister war ja irgendwie dann nie. Wie, ist Buddy Games der endgültige Sargnagel auf die Karriere von Joshua Hammel? Ich hoffe es nicht, weil ich persönlich mag ihn. Also ich mochte Vegas sehr, sehr gern. Ich mag auch die Transformers-Reihe. Und ja, er ist bei Transformers jetzt nicht so der Main-Character, aber er macht seine Sache gut. Und als Marine, das passt, das ist auch echt in Ordnung. Also ich persönlich hoffe nicht, dass es sein Sargnagel ist. Ah ja, die Netflix-Serie mit ihm ist auch sehr zu empfehlen. Und Ansolf, die gefällt mir auch ganz gut. Er kann schon, wenn er will, aber als Regisseur sollte er die Finger wirklich noch üben oder einfach lassen. Okay, dann gehen wir mal so ein bisschen in die Kritikpunkte, beziehungsweise in die Ursachenforschung. Was kann er denn als Regisseur am wenigsten? Hat er kein komödiantisches Talent oder keine Schauspielführung? Oder was kann er so gar nicht? Was meinst du? Es ist sehr 0815 inszeniert. Es sind keine optischen Highlights dabei. Es plätschert alles so einfach vor sich hin und ja, man denkt, gewisse Sachen müsste man pompöser untermalen, ob es jetzt von der Musik her ist oder ob es von der darstellerischen Kunst der Schauspieler ist. Ja, es ist einfach 0815. Es ist wurscht egal, ob du hinguckst oder nicht hinguckst. Es hat keinen Wiedererkennungswert. Es hat leider gar nichts. Und bei einer Komödie zählt man ja manchmal so die Lacher. Gerade bei so einer Sommerblödel-Komödie, wenn du jetzt in der Cosmopolitan im Filmcheck sagen würdest, wie viele Lacher hattest du denn selber? 0 bis 2, 3 bis 5 oder mehr als 5? Also ich mag auch diesen pubertären Humor. Ich kann damit schon was anfangen, aber es nimmt da auch wirklich teilweise Dimensionen an, wo man denkt, okay gut, dafür bin ich einfach zu alt. Und Lacher, ja, ich habe schon, ja, vielleicht zwei, dreimal habe ich schon gelacht. Schmunzeln zählt nicht. Ah, wichtiger Hinweis. Das klingt ja für mich so ein bisschen, der den Film nicht gesehen hat, so eine Mischung aus Catch-me, aus den Kindsköpfe-Filmen, die ja auch unseren HörerInnen, falls sie gesehen wurden, vielleicht in besonders schlechter Erinnerung übrig bleiben. Ja, und auch so ein bisschen peinlich, wie es ist für ein Spielfilm, so ein bisschen Jackass da drin. Treffe ich damit den richtigen Ton? Ja, das ist genau die perfekte Aussage, genau das ist es auch. Wir haben viele, ja, viel, es ist sehr viel Fäkalhumor drin. Ja, doch, doch, nee, es trifft es, das trifft es perfekt. Nun ist ja das Marketing auch sehr offen mit dem deutschen Untertitel Auf die Säcke, fertig, los. Wir haben auf der Besetzungsliste, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, unter anderem den Bruder von Matt Dillon, Kevin Dillon, dann haben wir Olivia Munn. Und dann haben wir auch noch den Bekannten aus Blödel-Komödien und auch früher aus der MTV-Serie Punk-Bekannten Dex Shepard. Kann irgendwer aus der doch sehr, sehr, sagen wir mal, Gesichtsbekannten, Neil McDonough habe ich noch vergessen, kann irgendjemand von diesen Gesichtern auch so ein bisschen hervorstechen oder hat du, Herr Milder, überhaupt kein Regiehändchen für? Nee, sie sind alle gleich ätzend und sinnlos und ja, es sticht keiner wirklich hervor. Also, jeder hat seine Fremdshame-Momente und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also ein bisschen wie der Colonel in Full Battle Jacket, ihr habt ja alle gleich wenig Profil, ihr seid ja alle gleich wertlos. Okay, richtig, ja. Dann haben wir natürlich mit unseren Shots oder mit unserer kleinen Shot-Einlage eine Serviceleistung für unsere HörerInnen und Hörer getätigt. Dann müssen wir natürlich noch in die Bewertung schreiten. Ohne zu spoilern, ich darf dich auffordern, heute zu bewerten innerhalb des 0 bis, ich sage auch bewusst 0, du darfst auch 0 sagen, von 0 bis 5 Cups, also Suspensorien. Wie viele würdest du vergeben? Ich vergebe 0,5. Für mehr langt es nicht, auch wenn ich den Cast persönlich mag und mich auch auf diese Richtung von Humor eingestellt habe, aber es war teilweise so niveaulos, dass nicht mal ich gelacht habe. Also das war schon ein tiefer, tiefer Schlag. Ihr hört es, wenn ihr Sven kennt und ihr hört schon, dass er selbst bei diesem primitivsten Humor nicht gelacht hat, dann sollten die Alarmglocken schreiten. Sven, ich danke dir und den HörerInnen, dass ihr uns die Zeit gegönnt habt. Geht also vielleicht lieber nicht in Buddy Games rein. Ich glaube, diese Empfehlung nehmen wir so mit. Ich danke Sven erstmal meinerseits für die Zeit, vor allem für die 97 Minuten, die er für Buddy Games geopfert hat und dir gebührt das letzte Wort. Geht nicht ins Kino, tut euch den Gefallen, spart euch das Geld für was anderes auf. Ansonsten viel Spaß bei anderen Filmen. Tschüss. Wer nach How It Ends momentan im Internet sucht, dürfte es gar nicht so einfach haben, denn es gab ja vor einiger Zeit schon mal einen Film, der allerdings von Netflix war. Auch ein Endzeit-Film ist, aber mit diesem hier, der am 12. August startet, so wirklich gar nichts zu tun. Vielleicht bis auf ganz knapp die grobe Prämisse und damit geht es um How It Ends. Gesehen habe ich den gar nicht, aber dafür der Kenny, der heute bei mir ist. Ich bin der Dom und der Kenny ist hier. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Die lieben Leute an den Empfangsgeräten. Genau. Genau. Schon dein Markenzeichen. Ne genau, euch und dir natürlich, ja. Passt schon, passt schon. Dann klären uns doch mal auf, worum geht es denn in How It Ends? In How It Ends geht es um Liza. Liza ist eine junge Frau, Anfang, Mitte 30 und die erfährt, dass in der kommenden Nacht die Welt untergeht. Und zwar kommt ein Asteroid auf die Erde zu und er wird auf die Erde prallen und die gesamte Menschheit vernichten. Das kommt relativ spontan und dabei kommt sie auf die Idee hin, was könnte ich heute noch machen? Also will sie auf eine Party gehen. Leider wird ihr Auto geklaut, also muss sie zu Fuß gehen und dann sagt sie sich, okay, ich auf dem Weg zu der Party gehe ich noch ein paar Leute besuchen. Dabei wird sie von ihrem eigenen Ich begleitet, das quasi ihr eigenes Ich ist, was 16, 17, 18 Jahre alt ist im Teenager-Alter. Und das ist halt so eine Prämisse im Sinne von, das ist die Person, mit der du jeden Tag dich auseinandersetzt, mit der du jeden Tag redest. Die sieht normalerweise niemand. Da dieser Tag aber etwas merkwürdiger ist als sonst, können andere Menschen dein zweites Ich sehen und auch du siehst das zweite Ich der anderen Menschen. Und dabei kommt es zu sehr merkwürdigen Unterhaltungen, zu sehr merkwürdigen Situationen auf zwischenmenschlicher Ebene. Okay, das klingt ja tatsächlich mal ein bisschen ungewöhnlich. Also ich hatte mir den Trailer angesehen und jetzt von dem, was du so erzählt hast, der Trailer hat mich eher so ein bisschen an, es gab mal vor ein paar Jahren so einen Film mit Keira Knightley, der hieß irgendwie, glaube ich, auf der Suche nach einem Freund für das Ende der Welt oder so ähnlich. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen so vom Humor her vielleicht auch ein bisschen an This is the End, der ja damals mit einer Mega-Star-Batterie daherkam. Ich glaube aber, er ist mit keinem der beiden so richtig zu vergleichen, oder? Ich habe die beiden nicht gesehen, allerdings der Titel, ich bin auf der Suche nach einem Freund für den Weltuntergang, könntest du eins zu eins auf diesen Film klatschen, das würde immer noch funktionieren. Also die Sache ist die, die gute junge Frau geht dann los und stellt fest, ihr Auto ist weg, also muss sie dann zu Fuß gehen und kommt auf die Idee, ich besuche jetzt noch meine Familie. Also ich besuche meinen Ex-Freund, ich besuche meine Mutter, ich besuche meine beste Freundin, ich besuche meinen Papa und rede mit denen und kläre mal die ganzen Sachen, die in der Geschichte so schiefgegangen sind. Ja, so im Sinne von, okay, in ein paar Stunden geht die Welt unter, ich will nicht noch eine weiße, eine reine Weste haben, ich will alles irgendwie klären, auf moralischer Ebene, dann will ich auf eine Party gehen, ein bisschen feiern und dann will ich dabei sterben. So ungefähr. Und diese Momente, wo die mit den anderen Menschen quatscht, die sind halt, wo darauf der Fokus des Films liegt. Also es gibt so Momente, sie trifft zum Beispiel auf ihren Ex-Freund, der dann witzigerweise ihr zweites Ich sieht und mit ihr redet und sie sich dann wundert, hä, wieso, wieso, du kannst die wohl sehen? Ja, ich kann die sehen. Und dann stellen wir fest, okay, durch diesen merkwürdigen Tag ist das alles möglich. Und dann gehen die weiter durch so eine Siedlung und dann stehen die irgendwo an einem Grundstück, wo ein Mann am Garten steht, da wird gespielt von Fred Amison, den kennt vielleicht einige, der spielt, ist ein Teil von Saturday Night Live. Und dann quatschen die mit dem und stellen fest, er ist auch bloß das zweite Ich von seinem originalen Ich. Und er ist so um die 40 und sein original ist 90, ein Jahre alter Opa, der irgendwo auf der Couch liegt und nicht mehr kann. Und er sagt sich so, komm, ich geh ein bisschen raus, an Grundstücken red mit den Leuten, die da draußen sind. Weil heute kann man ja mit ihnen reden. Und dann geht sie noch zu ihrer Mutter und redet darüber, was sie für eine schlimme Mutter war. Dann geht sie noch zu ihrem Vater und erzählt, wie das damals war, als die Mutter und der Vater sich getrennt haben. Dann geht sie zu ihrer besten Freundin. Und dann, was ihre beste Freundin unter anderem ist Olivia Wilde. Ihre Mutter ist Helen Hunt. Ihr Vater ist Bradley Whitford. Also die Kämpfer aus Get Out zum Beispiel. Also es sind alles Gesichter, es ist für jeden irgendwas dabei. Jeder, der irgendwelche Filme sieht, kennt irgendwen, der da mitspielt. So ganz klein. Das sind immer so Konversationen, die so vier, fünf Minuten gehen und dann geht es weiter zur nächsten Konversation. Also dadurch auch ein bisschen episodenhaft, nehme ich mal an. Wie ist denn das mit dieser Prämisse des, sag ich jetzt mal, metaphysischen jüngeren Ichs? Nutzt sich das ab? Geht das über einen Gimmick hinaus? Oder läuft sich das irgendwann so ein bisschen tot oder funktioniert das? Tarsetti ist genau das das Einzige, was den Film wirklich stärkt. Also die Konversation zwischen Leiser und ihrem jüngeren Ich, übrigens gespielt von Kaylee Spaney. Die kennt ihr aus Pacific Rim Uprising. Oder auch, wie hieß der andere Film vor kurzem, das war ... Das kann ich ... Also ich kenne sie aus der Serie Devs, die jetzt zumindest auch bei Disney Plus zu sehen sein wird. Da spielte sie allerdings einen 16-jährigen Jungen. Das war ein bisschen abgefahren. Ich meine, Bad Times at the L-Royal. Ah, okay. Da hat sie auch mitgespielt. Und das Krasse ist, sie selbst ist 24, wirkt aber in dem Film wie 16. Und das finde ich einfach mal erstaunlich. Ja, ja, ja. So, und die Konversation zwischen den beiden, zwischen Leiser und Leiser, das ist das, was den Film so deep macht. Es geht darum, dass das jüngere Ich enttäuscht davon ist, was aus dem älteren Ich geworden ist. Und dass das ältere Ich überfordert ist, dass es nicht die Anforderung des jüngeren Ichs erreicht hat. Okay. So kurz vor Ende, ne. Und das ist eigentlich die Hauptprämisse. Und natürlich haben natürlich die ganzen Geschichten mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Exfreund und mit ihrer besten Freundin dazu geführt, dass es halt so weit gekommen ist, wie es halt ist. Und ich würde es aber sagen, das ist ein sehr emotionaler Film. Stellenweise, ich muss eigentlich sagen, mich hat er nicht mitgenommen. Es ist nicht mein Genre. Ich würde es eher sogar sagen, das ist eher ein Frauenfilm. Das ist so ein Ding, ich glaube, das wird er Frauen ansprechen. Vor allem die Konversation zwischen ihr und der Mutter und ihr und ihrer besten Freundin. Also mit Olivia Wilde, die Szene ist krass. Die beiden sitzen sich gegenüber am Tisch, essen Kuchen und beide quatschen gleichzeitig die ganze Zeit. Gleichzeitig verstehen die anderen sich aber gegenseitig und nicken zu. Und das ist so eine ganz krasse, so ein bisschen wie bei Gilmore Girls. Nur noch eine Stufe härter. Okay. So ungefähr läuft das Gespräch da ab. Und ich würde sagen, das nimmt, glaube ich, mehr Frauen mit als jetzt das Männerpublikum. Ich würde jetzt nicht sagen, nur Frauen können das gucken und Männer nicht. Das ist ja Blödsinn. Aber ich glaube, das ist eher für das weibliche Publikum geschaffen, weil es ja wirklich sehr emotional ist und sehr zwischenmenschlich und viel Subtext da drin steckt. Okay, das Ganze ist ja ein Stück weit auch ein Autorenfilm. Also die Hauptdarstellerin ist auch die Regisseurin. Das ist dieser, also von der habe ich bisher eigentlich noch nie gehört, Zoe Lister-Jones. Die war wohl sehr lange, wie ich das sehe, in der Serie New Girl drin, immer mal wieder unregelmäßig. Oder jetzt auch in Life in Pieces und drehte jetzt gerade Disappointment Bolivar mit Ari Aster. Mir sagte die vorher gar nichts. Du meintest ja wirklich, dass du gefühlt jeden kennst oder zumindest ... Viele, einige. Ja. Viele auch nicht, aber ... Charlie Day zum Beispiel ja auch. Helen Hunt kennt man aus so vielen Filmen, das ist ein Name. Fred Amerson kenne ich halt, wie gesagt, aus Saturday Night Live. Olivia Wilde kennt man halt, wer sie kennt, das ist die Ex-Frau von Jason Sudeikis, der jetzt Ted Lasso macht. So, und das sind halt alles irgendwie Namen und Gesichter, die man mal irgendwo gesehen hat. Und Finn Wolfhard aus Stranger Things und Es schaut auch mal kurz vorbei, wie das aussieht. Sieht nur ein bisschen anders aus anscheinend. Okay, also würdest du den eher so eingeschränkt empfehlen? Ist das eher ein seichter Film? Oder, also für mich klingt es so ein bisschen, als würde der zwischen den Stühlen stehen. Ja, er ist eigentlich, er ist einfach produziert. Ich meine, da ist nichts groß mit irgendwelchen Kulissen. Das Ding spielt immer nur auf den Straßen von irgendeinem Vorort von L.A. Witzigerweise wohnen alle ihre Menschen, die sie kennt, dort. Also ihre Mutter, Vater, alle sind da irgendwie in der Nähe. Alles erreicht die zu Fuß. Und das sieht alles gleich aus, sag ich mal. Und dann sitzen die immer in irgendwelchen Vorgärten von irgendwelchen Häusern. Und das war's. Und am Ende sind die noch in einem anderen Haus, wo dann die Party ist. Und das war's. Also, wer ist das jetzt nicht? Da ist auch kein großes CGI drin. Aber du siehst immer den Himmel, wie der Asteroid so am Himmel ein bisschen leuchtet. Aber jetzt auch nicht CGI-mäßig groß. Also, wer jetzt Weltkatastrophenfilme mag und ein Katastrophentourist ist, der wird da nicht auf seine Kosten kommen. Der sollte aber 2012 gucken oder so. Oder die Nachrichten. Aber der Film, da geht's eigentlich, es geht mir um das Zwischenmenschliche. Um das, was wäre, wenn morgen die Welt zu Ende ist? Was würdest du noch machen? Was würdest du noch ändern? Oder so ist das irgendwie gemacht. Das ist sehr Meta-mäßig. So eine Meta-Ebene ist das halt. Mhm. Okay, das klingt jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Man muss, glaube ich, halt akzeptieren, wie du es jetzt schon sagst, dass es einfach wirklich eine Indie-Produktion ist, ne? Ja, also viel Budget wird der Film nicht gemacht haben, trotz der Besetzung. Aber viele Stars aufgestapelt, das muss man sagen. Also, es sind wirklich bekannte Namen dabei. Was ich süß fand, das war in den Credits, da hieß es dann auch, dieser Film ist mit sehr viel Liebe während der Zeit von Corona entstanden. Ah, okay. Okay, ja gut, dann könnte das vielleicht natürlich auch einer der Gründe sein, ne? Mhm. Hast du noch was zum Film, außer deinem Fazit? Äh, ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Meine persönliche Bewertung ist so 2,5. Ich bin mir sicher, es gibt Leute da draußen, die was damit anfangen können, die das Ding besser bewerten. Ich glaube aber auch, sehr viele können damit überhaupt nichts anfangen. Ja, also wie ich's jetzt sehe, sind die Meinungen tatsächlich relativ gespalten in den USA. Also, Metascore, also Metacritic, äh, 57 und User-Ratings in der IMDb, ja gut, den hab ich bisher halt keine Sau irgendwie gesehen. Der lief wahrscheinlich nur auf irgendwelchen Indie-Festivals. Er hält sich jetzt auch eher in Grenzen, aber, ja, ist, denke ich, ein Film, den man sich vielleicht mal irgendwie auf Prime oder Netflix ansehen kann. Vielleicht mal in einem Jahr oder so, denke ich mal. Ja, denke ich auch, genau. Nicht unbedingt was fürs Kino. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit auch durch. Wanna see how it ends. Ich bin damit raus und der Kenny darf sich natürlich noch verabschieden. Macht's gut, bleibt gesund. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und zu einer weiteren Besprechung mit mir. Ich bin der Sam, servus. Ja, der Esel nennt sie immer zuerst, ja. Und natürlich den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Ja, wir sprechen heute über Evangelion 3.0 plus 1.01. Das ist ein Reboot einer Serie, Neon Genesis Evangelion, kennen die meisten, denke ich, die Anime-affin sind oder auch Manga-affin, die natürlich die Bücher gelesen haben. Wir zwei haben uns aber den neuen Film reingezogen und zwar, wie schon gesagt, Evangelion 3.0 plus 1.01. Patrick, um was geht's denn im Groben in diesem Film? Ja, ich weiß, wir können es nicht ganz ausbreiten, aber erzähl mal. Also nach den Ereignissen vom letzten Teil ist Shinji auf der Flucht. Wir sehen, dass die ganzen Gebiete ziemlich kriegsgebeutelt sind und dann trifft er relativ schnell auf alte Bekannte und er nimmt es fast schon so ein bisschen A-Team aus Maße an, nur halt eben mit der Wucht von Neon Genesis Evangelion, die man kennt. Genau, und das Ganze halt in zweieinhalb Stunden. Und es läuft auf Prime Video, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Liefen die anderen auch auf Prime Video? Ich glaube schon, ne? Also die Originalserie, da sind die Lizenzrechte bei Netflix. Für die neuen Filme hat sich Amazon die Lizenzen gekrallt. Also ja. Okay. Also die Filme Evangelion 1.11 und 2.22, wie sie ja alle heißen. Und 3.33. Genau, die kann man auf Prime Video schauen, aber die Originalserie von damals, die halt nur auf Netflix. Genau. So, jetzt ist die Frage, was haben die Filme gemeinsam mit der Serie? Im Prinzip dieser religiöse Hintergrund, diese religiöse Geschichte, wo sie erzählen, aber sie wird hier ein bisschen komprimierter erzählt als in der damaligen Serie und ich finde auch teilweise aufschlussreicher oder besser zu verstehen, weil die Serie war schon sehr komplex. Ich möchte jetzt gar nicht so groß auf die Serie oder allgemein das ganze Franchise eingehen, weil das ist echt ein großes Thema und in dieser kurzen Zeit, die wir haben, ist es schwer zu erklären. Ich glaube, das müssten wir mal im Rahmen eines Specials machen, sofern wir das dürfen, die ganze Serie oder auch die ganzen Filme zusammenzufassen und aufzupolstern. Die Frage jetzt hier bei dem Film. Fandest du die Geschichte gut erzählt? Hat sie für dich Sinn ergeben? Ich fand die Geschichte schön erzählt. Bei ein, zwei Charakteren weiß ich nicht, ob ich die gebraucht hätte, auch wenn ich den Sinn der Charaktere verstehe, wirkten die auf mich doch ein wenig deplatziert, beziehungsweise nur für einen gewissen Effekt reingeholt. Aber ein bisschen hat die neue Reihe mehr Nähe zu der Manga-Reihe. Ich stimme dir zu, also diese neue Filmreihe, das ist Neon Genesis Evangelion so präsentiert, wie wir es verdient hätten. Bei der Originalserie hast du ab einem gewissen Punkt gemerkt, da ist das Geld ausgegangen, deswegen wurden da viele Monologe gehalten. Und das wurde dann quasi so ein bisschen, wie heißt es, mehr philosophisch ausdiskutiert. Philosophische Ansätze hat man hier jetzt auch, weil ich vergleiche es einfach mal mit den neuen Godzilla. Wir bekommen das jetzt so präsentiert, wie es vielleicht ursprünglich geplant war, wie es diese ganzen Engel verdient haben, präsentiert zu werden. Ich finde es schade, dass man das nicht im Kino gesehen hat, oder dass wir das nicht im Kino gesehen haben. Gerade in der anime-affinen Gruppe im Kino wäre das bestimmt eine richtige Wucht gewesen, vor allem in den Bildern, die da teilweise präsentiert werden. Aber ja. Ja, gerade so wie bei mir in meinem Fall. Ich bin ja riesen Fan der Reihe. Ich bin ja, man kann es sagen, Fan der ersten Stunde. Ich habe den ersten Manga damals noch in meinem Comic-Laden des Vertrauens gekauft und da kannte die Serie noch niemand. Und ich war da schon voll im Fieber und deswegen bin ich ja froh, dass das auch jetzt mit so einem Reboot erweitert worden ist. Und ich finde, wie du schon schön gesagt hast, der Reboot macht das eigentlich ganz gut. Der philosophiert zwar auch, aber nicht so in diesem großen Ausmaß wie die Serie. In der Serie, da hast du ja teilweise gefühlt 20-Minuten-Monologen in den letzten Folgen. Richtig, richtig, richtig. Deswegen hat man ja nicht umsonst End of Evangelion danach geschoben, nachdem man es für damalige Verhältnisse fast schon gekickstartet hatte, um dir nochmal ein würdiges Ende zu spendieren. Ja, teilweise lag das ja aber auch an dem Schriftsteller, der den Neon Genesis Evangelion ja in die Welt gerufen hatte. Der hatte ja damals auch viel zu kämpfen mit Krankheit und psychischen Probleme. Aber wie gesagt, das machen wir mal vielleicht im Special, das müssen wir jetzt hier ganz auftrüsten. Ich würde gerne von dir... Sag mal jetzt so, das ist nicht unüblich, dass von einem Manga die Lizenzen aufgekauft werden und dass dann irgendwann die Story in der Serie schneller weiter ist als in der Vorlage. Da kam einmal pro Jahr ein Manga raus. Dementsprechend schnell waren sie deutlich schneller in der Story voran als im Manga. Ja, deswegen unterscheidet sich das teilweise sehr drastisch. Es lohnt sich also auch, den Manga zu lesen. Definitiv. Also da ist jeder, der das noch nicht gelesen hat oder diese Reihe, auf jeden Fall nachholen, weil die ist schon sehr interessant. Gespickt mit vielen religiösen Aspekten, schon allein, wenn man den Namen hört, Neon Genesis Evangelion. Ja, aber es ist auf jeden Fall lesenswert. Jetzt noch schnell zurückzukommen auf den Film. Wie fandest du denn den grafischen Stil, diese, ich sag mal, Zeichenstil von Evangelion 3.0? Ja, ich hab ja gesagt, das ist optisch eine Wucht. Ich hätte das gerne im Kino gesehen. Das hatte teilweise was psychedelisches, gemischt mit Bombast Action. Also alle, die Pacific Rim mögen, die kriegen hier quasi so die Vorlage zu Pacific Rim nochmal so präsentiert, dass sie auch up to date ist. Ich hatte bei Neon Genesis Evangelion halt immer einen Charakter, den ich nicht so mochte. Das ist bedauerlicherweise der Shinji, der halt mir eine Spur zu viel rumjammert, während um ihn rum seine Freunde sterben. Hier jetzt in den neuen Filmen haben sie das schon runtergefahren. Er heult zwar immer noch ein bisschen rum, aber er macht eine Entwicklung durch und steht dann irgendwann seinen Mann. Das fand ich schön zu sehen. Wo du jetzt gerade Charakter ansprichst, also bei dem Thema Charakter mit Shinji, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber das können wir mal auch im Privaten aussprechen, weil ich bin sehr begeistert von Shinji, war ich auch damals schon. Das hat aber andere Gründe. Wie gesagt, das können wir im Privatmarkt bequatschen. Aber wie du schon sagst, die Charakterzeichnungen sind hier schön dargestellt, beziehungsweise auch schön umgesetzt. Auch Shinji macht eine schöne Entwicklung, wie du schon gesagt hast. Ich finde teilweise aber, manche Charaktere kommen teilweise zu kurz, wo ich schon in der Manga-Reihe großer Fan war. Zum Beispiel Rey, die ist eigentlich nur, naja, ich will nicht zu viel verraten, aber sie hat ja eine bisschen Nebenrolle, würde ich sagen. Ich mochte auch Mizat und ihren Pinguin. Genau, richtig. Aber so an sich sind die Charakter hier, sie haben ein würdiges Ende, sagen wir mal so. Und auch wie im Manga, es unterscheidet sich genug, dass es nicht nur eine grafische Aufbereitung ist, sondern dass es sich auch teilweise anfühlt wie eine andere Story. Dass es hier gerechtfertigt ist, dass man das nochmal erzählt, weil nichts ist langweiliger als ein Remake. Das Frame für Frame kopiert, das hat man hier zum Glück auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Die Story geht dann schon ein bisschen weit von der Serie weg, ja, das ist richtig. Gut, hast du noch einen Punkt, den du besprechen möchtest? Dann würde ich nämlich auf... Ja, ich mochte halt den Punkt, dass man auch mal die Auswirkungen dieser Kriege gesehen hat. Also am Anfang ist es halt echt so ein bisschen so ein Wundenlecken und diese Charaktere müssen sich erstmal regenerieren. Das war schon am Anfang fast schon ein Antikriegsfilm, bis es dann in die gewohnte Action überging. Also das fand ich auch erfrischend. Ja, das stimmt. Auch die zweieinhalb Stunden waren relativ kurzweilig, würde ich schon fast sagen. Also es hat sich nicht angefühlt wie zweieinhalb Stunden. Es gab kaum eine Szene, wo ich gedacht habe, nee, war überflüssig. Diese zweieinhalb Stunden gingen relativ schnell rum. Genau. Und wie gesagt, im Kino wäre das wahrscheinlich noch schneller rumgegangen unter den ganzen Fans. Das stimmt. Also da bin ich völlig bei dir. Gut, okay, dann kommen wir auf Bewertung und Fazit, beziehungsweise Fazit und Bewertung. Je nachdem, wie du halt jetzt anfängst. Ich würde sagen, wir vergeben hier, was vergeben wir denn? Evangelions? Ich würde sagen Sperre. Oh ja, okay, richtig. Also ohne zu sagen warum, aber wir vergeben jetzt Sperre. Jeder, der den Vorgänger gesehen hat, weiß, was es damit zu tun hat. Und das ist Voraussetzung. Man kann das nicht ohne die Vorgänger zu kennen anschauen oder ohne die Serie zu kennen, weil da jetzt blind reinlaufen, man hat nur Fragezeichen vor sich. Genau. Und Bewertung? Ich schwanke zwischen 3,5 und 4, aber wegen so ein bisschen Charakterungereimtheiten gebe ich eine gut gemeinte 3,75. Ist ein schöner Kompromiss, so ein paar Sachen haben mich dann doch gestört, aber ich fand es eine schöne, würdige Neuinterpretation, die am Schluss vielleicht so ein paar Wege gegangen ist, wo ich dachte, ach nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber es hat durchgehend unterhalten, trotzdem. Genau, da bin ich eigentlich völlig bei dir. Ich bin auch bei 3,5, würde ich es fast geben, weil ich, wie gesagt, ich bin großer Fan der Reihe. Das ist natürlich ein Reboot und dass die einen anderen Weg gehen, wie in der Serie, finde ich auch teilweise gut, weil in der Serie hat man halt diese Mangos schon gemerkt, das haben wir ja schon angemerkt so. Mir haben die Bilder sehr schön gefallen, das haben wir auch schon angemerkt, aber auch der Soundtrack und das Score war hier richtig, also ich hatte teilweise bei manchen Bildern richtig Gänsehaut, nur wegen dem Score und ich finde, es bringt sowas immer schön voran. Dennoch, wie du schon sagst, ein paar Charaktere fallen ein bisschen runter oder sind so schön ausgeprägt oder so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ausbalanciert ist das Wort, das du suchst. Ausbalanciert, ja, könnte man fast sagen, ist besser, genau. Von daher gibt es bei mir nur 3,5 Lanzen oder Sperre. Genau. Gut, Patrick, das war es auch schon. Ich bedanke mich bei dir für die kurze Besprechung, für dieses Gespräch. Immer wieder gern. Und wünsche den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt noch viel Spaß bei den nächsten Besprechungen, wo vielleicht vor uns kamen oder vielleicht noch hinter uns kommt, das wissen wir ja noch nicht. Und wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tele-Stammtisch-Folge. Mit mir darf ich begrüßen die Brit-Marie. Hallo. Und ich bin die Luisa und wir haben zwei neue Filme auch mitgebracht. Einmal Sommerrebellen, die die Brit-Marie einmal vorstellen darf. Und ich mit Neubau. So, das wird eine ziemlich interessante Folge, weil, so wie es sich rausgestellt hat, sind es zwei sehr unterschiedliche Genres und vor allem auch mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Der eine Film ist eher an Kinder gerichtet, der andere eher, ja, FSK 16. So, und bevor ich mich total verquatsche, würde ich da doch direkt mal einsteigen. Liebe Brit-Marie, worin geht's denn bei Sommerrebellen? Ja, Sommerrebellen ist, du sagst es, würde ich jetzt in das Genre Kinderfilm, Sommer-Kinderfilm reinschmeißen. Es ist eine deutsch-slowakische Koproduktion, die am 12. August in Deutschland in den Kinos startet und handelt von dem elfjährigen Jonas, der in seinen Sommerferien unbedingt zu seinem coolen Opa Bernhard in die Slowakei fahren möchte und seine Mutter aber denkt, nee, komm, wir fahren dieses Jahr mal ans Meer. Also eben nicht zum Opa. Und daraufhin lässt sich dann Jonas eben was einfallen und behauptet quasi, dass der Opa, also tut so, als hätte der Opa eine Mail an die Mama geschrieben und fährt dann heimlich eben zum Opa, um da die Ferien zu verbringen. Und die Mutter blickt da natürlich sehr schnell durch, aber spielt halt mit. Und dann kommt Jonas bei seinem Opa an und erlebt da so das eine oder andere Abenteuer. Vor allem auch deswegen, weil sein Opa irgendwie nicht mehr so ist, wie er sich den vorgestellt hatte. Also er war dann immer zusammen mit dem Opa Boot fahren und hat irgendwie wirklich so die klassischen Sommerabenteuer erlebt. Und er kommt an und der Opa ist irgendwie so, ja, der hat seine Arbeit verloren und hängt irgendwie nur zu Hause rum und hat auch gar keinen Bock mit seinem Enkel Boot zu fahren. Und ja, Jonas kommt also dahin und reißt quasi die Monotonie des Sommeralltags, die da der Opa hat, reißt den da aus der Monotonie heraus. Und dann erleben beide gemeinsame Abenteuer. Ja, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Klingt schon mal ganz spannend. Das heißt, der junge Jonas hatte den richtigen Riecher und versucht, den Opa so ein bisschen aus dem Alltag wieder rauszubrechen und ihn quasi unbewusst auf die Füße zu stellen. Oder wie darf man sich das vorstellen? Ja, so ein bisschen. Also der Untertitel des Films ist Operation cooler Opa. Ja, was ich ganz, ganz witzig finde. Naja, Jonas kommt, ja, das ist auch echt niedlich. Also Jonas kommt an und der Opa, wie gesagt, hat seinen Job verloren und sitzt irgendwie nur zu Hause rum vom Fernseher und trinkt auch gerne mal einen über den Durst. Also der hat so ein bisschen so eine depressive Phase. Und dann versucht er immer so, komm Opa, lass uns Boot fahren mit so einem großen Schlauchboot, so Rafting mäßig. Und der so, nee, ich weiß nicht, wo das Boot ist und so. Später stellt sich dann eben raus, dass das eigentlich gar nicht stimmt, dass der Opa eigentlich noch keinen Bock hatte. Und, ähm, ja, und dann treffen sie alte Arbeitskollegen vom Opa, der bei der Bahn gearbeitet hat und damit, ähm, und die machen sich so ein bisschen über den Opa halt lustig und dann behauptet Jonas, ja, aber Opa hat ja auch eine Freundin und so. So, und dann geht's halt los und dann denkt er sich, ja, weißt du was, wir behaupten das nicht, nur wir machen da jetzt auch, äh, quasi Tatsachen draus. Und dann, äh, stellt er seinen Opa in so eine Online, ähm, äh, Dating-Seite ein. Äh, äh, und, äh, ja, dann beginnt die Operation Cooler Opa, äh, um dem Opa eine Freundin zu besorgen. Also es ist wirklich ganz, ganz niedlich gemacht, ja. Ja. Und, äh, klingt jetzt, ja? Ja, und natürlich hat Jonas auch so ein bisschen eigene Probleme. Dann trifft er die Nachbars, äh, das Nachbarsmädchen und die beiden, äh, gehen so ein bisschen auch auf Sommerabenteuer und, äh, hacken auch den einen oder anderen Streich aus. Also es ist so ein bisschen, ja, so eine große Mischung. Es klingt, als wäre da sehr viel los. Ähm, ich hab jetzt so ein bisschen den Eindruck, wenn ich das so höre, dass es ein bisschen in die Richtung, ja, wilde Kerle, die wilden Hühner oder vielleicht sogar ein bisschen Richtung Honig im Kopf geht, auch wenn jetzt diese ganze Demenzthematik so gar nicht dabei ist. Wie würdest du das da so einordnen? Ja, also es ist natürlich, ähm, es hat, äh, leicht melancholische Züge, aber generell ist es ein positiver Film. Ähm, ich habe von den wilden Hühnern und den wilden Kerlen nur die Trailer gesehen, aber tendenziell eher das als Honig im Kopf. Ähm, ja, also generell hat der Film, also um jetzt mal kurz, äh, schon quasi Richtung zusammenfassend am Ende zu kommen, generell hat der Film, äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist tatsächlich ein Kinderfilm, aber es ist ein Film, den man als Erwachsener auch ganz gut schauen kann. Äh, das finde ich immer so schwierig, es gibt ja auch Kinderfilme, wo man merkt, ah, das ist ein Kinderpublikum, das ist schon ein bisschen langweilig, aber der war eigentlich wirklich richtig nett, der hat einfach nur, äh, viel Spaß gemacht und ist auch anderthalb Stunden nur lang, also das kann man ganz schön runtergucken. Und, ja, charmant, glaube ich, ist das Wort, mit dem man das Ganze schön zusammenfassen kann. Also ein charmanter Film und übrigens, was mir positiv aufgefallen ist, auch, ähm, einen sehr spannenden Soundtrack. Also sehr viele deutsche, ähm, Songs und Songwriter drinne, die ich tatsächlich vorher nicht kannte. Also irgendwie, ähm, Dota und Studio Bonaparte und Paul Eisen und das Paradies und Billy Barman und was nicht alles. Und, äh, ich hab extra nochmal nachgeguckt und ich dachte so, okay, ich kenn dich alle nicht, aber die Musik klang super. Ähm, und das, also es hat richtig schön zusammengepasst. Und, äh, ist einfach eine schöne Sommergeschichte, die man, ähm, sich, äh, auch schön einfach mal an so einem schönen Sommerabend anschauen kann. Und, äh, die Schauspieler auch super. Also, ich, ähm, muss zugeben, ich kannte sie jetzt nicht. Außer den Opa, der wird gespielt von Pavel Novi. Äh, den kannte ich zu. Also der, wenn man das Gesicht sieht, dann, ähm, weiß man, den hat man schon mal gesehen in einer oder anderen slowakischen Produktion. Und die, ähm, der Enkel, äh, der ja im Mittelpunkt steht, Jonas, wird gespielt von Elias, äh, Vyskutschil. Und der, äh, das ist, glaube ich, eine seiner ersten Filme auch. Der hat noch nicht so viel vorher gemacht. Also, aber das Ganze hat so einen schönen, frischen, äh, wie gesagt, so einen Touch. Also deswegen macht es Spaß. Das erzählt, das erfindet das Rad nicht neu, aber Spaß macht's. Und, ähm, ich würde sagen, vier Blumensträufe von fünf. Ja. Sehr schön. Das heißt, ähm, man kann den sich durchaus auch als erwachsene Person angucken. Gerne auch wahrscheinlich mit Kindern. Ich hab so ein bisschen das Gefühl von deiner Erzählung her, dass man da als Erwachsener auch noch ein kleines bisschen mit abgeholt wird. Weil so Dinge, die hat man sich ja als Erwachsener, also hat man sich als Kind natürlich auch immer so ein bisschen vorgestellt, wie das natürlich wäre, wenn man sich selber auf eine kleine Reise aufmacht. Das klingt sehr spannend. Du hast mich auf jeden Fall schon mal direkt gecatcht. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Ähm, dann ist meine Frage an dich zurück. Also während ich dann hier, äh, ein etwas leichtfüßigeres Sommerkino hatte, hattest du ein etwas schwerfüßiges, äh, LBGTQ-Plus thematisches, äh, Thema? Richtig. Genau. Das ist eigentlich so der direkte Kontrast dazu. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Heimatfilm, beziehungsweise eher ein kleines Film, also ein Filmdrama, was in der Uckermark spielt. Wer jetzt die Uckermark nicht so kennt, das ist das am wenigsten dicht besiedelte Gebiet in Deutschland, das liegt in Brandenburg und das merkt man auch tatsächlich in der ganzen Filmthematik. Der Film, ähm, sollte, ähm, also ist, ja, am 20., äh, am 22. Januar 2020, ähm, auf den Filmfestspielen, also auf verschiedenen queeren Filmfestspielen vorgestellt worden, ist FSK 16, die Kinopremiere sollte tatsächlich auch am 12. November 2020 schon sein. Das Problem war aber natürlich, wie ihr alle kennt's, Corona, da wurden ganz viele Termine abgesagt. Deswegen erscheint er, so wie dein Film auch, am 12. 8. 2021, äh, also tatsächlich schon, ja, nächste Woche. Und Drehbuch, ja? Ich darf kurz zwischenscheren und heißt Neubau. Ich glaube, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Ach, genau. Ja, und er heißt Neubau. Richtig. Vielen Dank. Drehbuch Touquet Royal sagt mir tatsächlich gar nichts, ist ein deutscher Autor. Die Schauspieler haben wir auch tatsächlich gar nichts gesagt. Die waren für mich komplett neu. Ich würde auch eher sagen, das ist ein sehr minimalistischer Heimatfilm. Und zwar geht es darum, Mark, also wir begleiten Markus. Markus lebt eben in dieser spärlich besiedelten Uckermark und zwar gemeinsam mit seinen zwei Großmüttern. Und was man anfangs nicht so ganz versteht, die Großmütter sind ein Liebespaar, was ich schon mal super spannend fand. Das wurde da auch sehr unaufgeregt dargestellt, sehr frei von Vorurteilen, was sich dort, es hat sich einfach natürlich angefühlt, das fand ich schon mal ganz klasse. Nur das Problem bei seinen Großmüttern ist, die eine, und zwar Alma, die hat Demenz. Sabine belastet es natürlich sehr, ist aber unfassbar froh darum, dass Markus da ist, weil Markus ist für Sabine auch so die Schulter zum Anlehnen, weil sie ja natürlich dieses emotionale Auffangen von Sabine durch ihre Demenz ja nicht bekommt. Und Markus selbst hat auch ein kleines Geheimnis, beziehungsweise es ist eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis. Es ist eher so, ja, es fühlt sich tatsächlich sehr normal an, sehr normal an in dem Film. Markus ist Transgender und es wird dann immer wieder an so ganz vielen kleinen Stellen sichtbar. Anfangs begreift man das gar nicht so sehr, was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil das halt einfach dieser vorurteilsfreie Umgang mit der Thematik sehr gut hervorhebt. Es fühlt sich alles sehr, sehr natürlich an. Und Markus selbst hatte scheinbar irgendwann mal in seiner früheren Zeit, also ich weiß nicht, ob das schon vor seiner OP oder nach seiner Operation war, hat er scheinbar in so einer queeren Gemeinschaft gelebt oder sich aufgehalten und merkt dann auch im Alltag in der Uckermark, dass er sich da schon sehr wieder zurücksehnt in diese Zeit. Und ja, das merkt man dann so in dem ganzen Film. Ich glaube, mehr brauche ich nicht erzählen, sonst nehme ich zu viel vorweg. Er ist unfassbar ruhig und ich muss auch sagen, er plätschert sehr, sehr langsam vor sich hin. Das war für mich ein bisschen schwierig. Ich habe irgendwann angefangen, den Film auf zweifacher Geschwindigkeit an manchen Sternen abspielen zu lassen. Okay. Es tut mir so leid, aber ich, ja, ich oute mich. Es tut mir leid. Nee, das war teilweise mir dann doch ein bisschen zu langwierig. Aber wer auf diese extrem ruhige Atmosphäre und diese vorurteilsfreie Atmosphäre steht, der ist bei dem Film super gut aufgehoben. Ich muss sagen, ich war einfach zu dem Zeitpunkt, als ich den gesehen habe, nicht so in der Stimmung für dieses extrem ruhige und Atmosphärische. Aber wäre ich in der Stimmung gewesen, wäre der mir super entgegengekommen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Film für jeden Abend. Da muss man schon definitiv in der Stimmung und offen dafür sein. Vor allem auch offen deshalb, weil da auch einige explizite Szenen mit reingebracht werden, wo man aber auch anfangs erst mal so ein bisschen Berührungsängste kriegt. Gegen mir zumindest so. Ich war erst mal total überfordert. Aber es lag auch daran, dass ich erst mal nicht wusste, worauf ich mich einlasse mit dem Film. Ich hatte mich auch einfach reinfallen lassen. Ich habe mich nicht sonderlich viel davor informiert, weil ich gedacht habe, na, ich schaue mal, was da jetzt auf mich zukommt. Und war dann anfangs erst mal total überfordert. Aber das fängt sich eigentlich relativ schnell. Und wenn man sich dann, wenn man den kleinen ersten Schock überwunden hat, kann man sich da eigentlich ganz gut drauf einlassen. Und ich muss sagen, entdeckt auch ganz viele neue Kleinigkeiten bezüglich der LGBTQ-Thematik, die ich vorher, also ja, bei mir waren natürlich Fragen im Kopf, weil ich nicht so zu dieser Community gehöre, beziehungsweise nicht so einen großen Zugang dazu habe. Und die wurden mir tatsächlich auch beantwortet. Und das fand ich dann doch ganz gut. Also es ist so, kann man sagen, ein kleines Filmdrama, ein bisschen Aufklärungsfilm. Aber man muss wirklich offen für die Thematik sein und Bock drauf haben, dass es einfach ein sehr, sehr ruhiger Film ist. Genau. Aber zumindest nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, oder? Also das war ja eigentlich, das hast du ja manchmal bei so Filmen, das gar nicht. Absolut überhaupt nicht. Also ich fand es unfassbar schön, wie normal sich alles angefühlt hat. Man hat es angeguckt und hat sich gedacht, ja, ja, eigentlich klar, dass es genauso funktioniert und genauso abläuft und dass sie auch genau solche Themen haben, die wir im Alltag auch haben. Und dann ist halt auch nochmal so ein bisschen klar, wenn du halt, also Markus ist jetzt halt ein Transmann. Und da ist halt auch öfters mal so ein bisschen die Klo-Thematik, die wird da halt natürlich noch ein bisschen gezeigt. Und dann denkt man sich so auch, ja, stimmt, den Umgang kann man da so ein bisschen nachvollziehen. Man wird auch ein bisschen auf Probleme hingewiesen, wo man merkt, ja, da ist die Gesellschaft selber noch nicht ganz so vorurteilsfrei. Man selber hat sich da aber auch noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil die Problematiken gar nicht so sichtbar waren. Und da war der Film unfassbar lehrreich. Also ja, weil ich gehe jetzt mit ganz anderen Augen darauf zu, auf die Klo-Thematik. Wenn jetzt zum Beispiel bei uns ein Transmann sich eher wohler fühlen würde auf der Darmentoilette, hätte ich jetzt kein Problem damit. Aber ich finde, da kriegt jetzt nochmal diese Thematik, ob man nicht eher gemischte Toiletten zur Verfügung stellt, nochmal eine ganz andere Sichtweise. Und ja, das hat mir doch nochmal ein bisschen eine neue Welt eröffnet. Und wie du sagst, völlig ohne erhobenen Zeigefinger, alles total normal und hat sich nichts irgendwie seltsam angefühlt oder anprangernd auch überhaupt nicht, sondern einfach nur, ja, herrlich normal. Das war toll. Super. Das klingt doch auch nach einer Sehempfehlung. Wenn du Punkte vergeben müsstest zwischen 1 und 5, 5 das Beste, 1 das Schlechteste, wie viele Punkte würdest du denn da vergeben? Oder wie viele Uckermark-Stadtschilder oder so? Ich könnte auch Streuße nehmen, weil Streuße kamen da drin auch vor. Aber tatsächlich die Vogelstreuße. Ja, ich würde tatsächlich sagen 4. Aber wie gesagt, man muss definitiv in der Stimmung dafür sein, für diese ruhige Filmart, die sehr atmosphärisch ist. Ansonsten könnte man enttäuscht werden. Aber wenn man in der Stimmung ist, absolute Sehempfehlung. Super. Dann haben wir ja beide, das finde ich toll, haben wir ja beide zwei Filme erwischt, die uns wirklich, natürlich mit dem ein bisschen Einschränkung, aber die uns wirklich Spaß gemacht haben. Ja, dann glaube ich, können wir uns damit verabschieden, oder? Mit einem positiven Geht-Filme-Schauen. Absolut. Herzlichen Dank fürs Zuhören und damit Tschüss. Tschüss. Hallo, guten Abend, guten Nacht, guten Morgen und herzlich willkommen hier beim TeleStammtisch. Ich bin Nina und bei mir ist heute der Chris. Hallo, wenn ihr ein Zuhause habt, wenn ihr ein Dach über dem Kopf habt, etwas zu essen, Menschen, die euch etwas bedeuten und einfach gesund seid, dann wisst das zu schätzen, denn das ist nichts Selbstverständliches. Und warum, das wird uns der folgende Film jetzt wieder näher bringen. Genau, denn der Film, den wir heute vorstellen, da geht es ziemlich rund und auch direkt. Es geht um New Order, die neue Weltordnung, ein mexikanischer Film von dem Regisseur Michel Franco. Genau, und warum klang das interessant? Was klang für dich interessant? Kannst du mal ein bisschen die Handlung widerspiegeln von New Order? Wir sehen in New Order eine Hochzeit. Eine Hochzeit einer sehr wohlhabenden Familie. Es ist die Hochzeit der guten Marianne und ihrem Verlobten Daniel. Und es wirkt zunächst alles sehr idyllisch. Die Gäste kommen rein, es werden Geschenke ausgetauscht, es wird getanzt, es wird gelacht, es wird getrunken. Und dann häufen sich irgendwie die Nachrichten, dass es weit weg an anderen Orten Aufstände gibt. Und erste Anzeichen kriegt man davon auch schon mit. Mit grüne Farbe wird auf Autos geschmiert, an Wände und auch Menschen auf der Straße werden damit beschmissen. Und ein ehemaliger Angestellter der Familie von Marianne kommt plötzlich vorbei und sagt, dass seine Frau sehr krank ist und er bräuchte unbedingt Geld, denn sie muss am Herzen operiert werden. Die Familie zeigt sich nicht allzu gnädig, sie kratzen ein wenig Geld zusammen, aber es reicht absolut nicht aus. Und Marianne ist sehr erbost und möchte eigentlich, dass dem Mann geholfen wird. So möchte sie mit ihm wegfahren, um noch mehr Geld aufzutreiben. Doch dann bricht das vollkommene Chaos aus. Und auch die Hochzeit wird von den Leuten gestürmt, die für die Unruhen den ganzen Tag über verantwortlich waren. Denn was wir hier sehen, ist nicht weniger als der Aufstand der Armen, die versuchen, komplett Mexiko umzukrempeln und eine neue Ordnung, wie der Titel schon sagt, zu erschaffen. Ja, und ja, da habe ich schon meine ersten Probleme mit dem Film. Aber lass uns mal darüber reden, wie der Film aussieht, weil der hat eine sehr interessante Ästhetik, finde ich, die halt nicht sehr zimperlich mit den Hauptfiguren umgeht, finde ich. Absolut. Hier wird eine eigentlich uralte Regel des Kinos verwendet, die amerikanische Regisseure eigentlich nie allzu sehr beachten. Dass man, wenn man das Ausschmücken weglässt und Dinge einfach zeigt, unmittelbar, direkt, ohne Kameraspielchen, ohne besondere Farbfilter, ohne übertriebene Dramatik, dann hat es eigentlich oft eine umso stärkere Schockwirkung, als wenn man einfach versucht, das mit künstlichen Mitteln noch schockierender darzustellen. Diese Armen hier, die halt dann auch Leute umbringen und auch Leute verschleppen, die Gewalt ist hier so unmittelbar, wie ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin, was das betrifft, eigentlich sehr abgestumpft, aber es gab hier ein paar Stellen, da musste ich auch ein bisschen zusammenzucken und da wurde mir unwohl, weil es einfach so brachial direkt war. Wie erging es dir dabei? Ja, das kann ich so unterschreiben, aber ja, dieses Ausschmücken, das hat dazu geführt, dass ich mir dachte so, ach du liebe Güte, der Typ hasst arme Leute. Der Regisseur, also die armen Leute sind alle so, ist eine Welle von Gewalt einfach. Also ich kann es verstehen, ich kann die Intention dahinter verstehen, so von wegen, die wurden halt klein gehalten, die wurden halt die ganze Zeit, auf denen wird getreten und auf einmal können sie halt rebellieren. Aber dadurch, dass man wirklich die ganze Zeit nur aus der Sicht von den Reichen, Schönen und Mächtigen das Ganze gesehen hat, gab es halt für mich so nicht den Grund, warum ich mit den Leuten halt sympathisiere, die jetzt rebellieren. Auch weil sie halt extreme Gewalt anwenden, aber dadurch dachte ich mir so, ja okay, das wird jetzt so genommen als Entschuldigung, so ne, hier seht ihr, die sind alles wilde. Es ist halt wahrscheinlich auch so in Mexiko, dass die Unterschicht eher aus Nicht-Weißen besteht und die Oberschicht aus weißen Menschen besteht. Ich fand das alles sehr schwierig. Das ist ein interessanter Punkt, da hatte ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Ich habe schon mit den Leuten, die da gequält und getötet wurden, mitgelitten. Ja, ja, das sind ja die Reichen. Ja, sie wurden ja nicht direkt als Unsympathen dargestellt. Manche von denen waren ein bisschen so, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit für deine Probleme. Aber es wurde niemals irgendwie so, dass man denkt, was sind das nur für furchtbare Menschen. Soweit ging es nicht. Aber das ist wirklich interessant. Ich habe nicht so sehr darüber nachgedacht, dass wir hier keine Sympathieträger haben auf Seiten der Armen. Sondern wir leben ja nun mal in Zeiten, wo das immer weiter auseinander klafft in jeder Gesellschaft. Und wo diese Diskrepanz auch immer ein Thema ist, das viel und überall diskutiert wird. Und vielleicht, weil wir in Zeiten leben, in denen das immer und immer wieder präsent sind, dieser starke Unterschied und der Frust der Arbeiterklasse oder sogar noch der Klasse darunter, dass man irgendwie schon gar nicht mehr denkt, hier muss doch irgendwie eine Einleitung gebracht werden, dass man die armen Charaktere kennenlernt, deren Leid erfährt und dann erst diesen Aufstand sieht. Ich habe das Gefühl, der Regisseur setzt hier eine ganze Menge voraus. Er setzt voraus, dass man automatisch Menschen, die mit ihrem wohlhabenden Leben und ihrem Reichtum nur so um sich schmeißen, nicht mag. Und dass man vollkommen Verständnis dafür hat, wenn dann eben Leute darauf losgehen und sagen, ich halte das nicht mehr aus, dieses Leben, ich nehme mir jetzt, was ich haben will. Also ich glaube schon, der Regisseur ist davon ausgegangen, ja, ihr wisst alle, wie schlimm es um uns steht, wie schlimm es um die Gesellschaft steht und deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch sofort mit an Bord sein, wenn ich dann sowas hier präsentiere. Ja, ich verstehe auch diese Ideen. Mein Problem ist nur, dass man halt diesen Wechsel so auf einmal, weil es gibt dann halt die Leute, also die Figuren, die das nicht mitmachen, die halt eher versuchen, die Reichen sozusagen zu retten und andere, zum Beispiel eine der Bediensteten der Familie macht so eine 180-Grad-Drehung und beklaut einfach alles und dieses Schwarmmäßige, das hat mich sehr, sehr irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da zeigt sich halt, wo deren Prioritäten liegen. Dass sie arbeiten für diese Leute, sie lernen sie kennen, aber deswegen bedeutet das noch lange nicht, dass da auch eine Form von Loyalität ist. Ja, weil das wird auch gezeigt, andersrum auch überhaupt nicht. Diese Interaktion fand ich halt gut und davon fehlen mir zu viel, es ist mir zu wenig da. Ja, das war wohl seine Absicht, er wollte ja einfach nur in your face und dann, damit es einen eben auch besonders hart trifft. Nur, ich verstehe nicht genau, warum er das in der Zeit, die er hier verwendet, das so erzählt. Der Film hat eine knappe Laufzeit von gerade mal 86 Minuten. Und in diesen 86 Minuten gehst du von einem Aufstand in der Innenstadt und auf einer Hochzeit, die aus dem Ruder läuft, zu eben, wie der Titel sagt, einer kompletten neuen Ordnung und einem Land, das von unten nach oben komplett umgekrempelt wurde. Und wenn man schon den Film so kurz und knapp erzählt, hätte man sich ein paar Minuten Zeit nehmen können für die Gegenseite. Da hast du vollkommen recht. Man hätte Charaktere auf der Seite der Armen skizzieren können. Aber ich glaube nicht, dass der Regisseur deswegen tatsächlich was gegen die Armen hat. Ich glaube, er wollte deswegen irgendwie schon sagen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich eben so weiter auseinander klafft, dann muss man sich nicht wundern, wenn sowas passiert. Denn das Gefährlichste, was es nun mal auf der Welt gibt, sind Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben. Ja. Da war ich auch so total irritiert, wie es weitergeht. Ich werde nicht so viel erzählen, weil das finde ich schon relativ spoilerlastig. Und dann vor allem das Ende dachte ich mir so, ah, jetzt habe ich den Film verstanden. Jetzt habe ich verstanden, was der Regisseur mir sagen wollte. Aber ich habe das intellektuell verstanden. Ich habe das nicht gespürt. Ja. Und das ist auch so mein Problem mit dem Film, weil der Film wird sehr viel und habe ich überall gelesen, so mit Parasite verglichen. Klar, Parasite hat, glaube ich, doppelt so lange Zeit. Also die Laufzeit ist einfach wirklich fast doppelt so lang. Da hat man halt auch mehr Zeit. Und man hat auch den Fokus auf die zwei Familien. Und bei New Order ist einfach, wir gucken auf die Gesellschaft. Und die Figuren sind halt unsere Anknüpfungspunkte. Aber eigentlich sind die Leute egal. Es geht um das große Ganze. Ja, das stimmt. Da fehlte das Persönliche. Parasite ist ja extrem persönlich. Und er schafft es ja auch, aus beiden Lagern, aus beiden Familien eben keine Monster zu machen. Jeder nimmt sich, was er nehmen kann. Und ist auf seinen Vorteil bedacht. Aber hier, ja, es ist ganz schwer einzuordnen, weil es hier auch keinen wirklich dramaturgisch roten Faden gibt. Du hast diese Gesellschaft am Anfang. Dann läuft alles aus dem Ruder. Und dann wird gequält und gequält. Und die Reichen ziehen sich zurück und hoffen auf das Beste. Dann wird wieder gequält. Und es ist nicht uninteressant, was hier passiert. Aber du hast keine wirkliche Dramaturgie in meinen Augen. Du hast also, mit typisch filmischen Mitteln wird hier überhaupt nicht gearbeitet. Und das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Die Vorteile sind, dass das hier halt wirklich Wirkung hat. Und dass man hier, nachdem man schon alles Mögliche in seinem Leben als Filmeseher gesehen hat, kann man hier von Gewalt tatsächlich noch mal schockiert werden. Das Negative daran ist einfach, dass andere Emotionen, die hier aufkommen, könnten nicht aufkommen. Das ist eigentlich alles, was es ist. Was würdest du sagen, wem? Wer sollte den Film gucken? Wer sollte New Order gucken? Also, wenn man einfach mal wieder einen Film sehen will, der einen richtig durchschüttelt, wo man aus dem Kino kommt und sagt, jetzt bin ich aber mal wieder geschockt und platt. Wenn man sowas lange nicht mehr erlebt hat und man möchte mal wieder so sich selbst testen, wie viel kann ich ertragen? So eine neue Art von Horror-Porn oder nee, wie heißt das? Torture-Porn. Torture-Porn, genau. Ja. Anspruchsvoller Torture-Porn ist das hier so gesehen. Torture-Porn mit gesellschaftskritischem Anstrich. Genau. Also, ich würde auch ... Mir hat der Film nicht so gut gefallen. Aber ich kann mir vorstellen, wem das gefallen könnte. Und das sind halt Leute, die krasse Dystopien, gesellschaftskritische Dystopien mögen, die sehr in your face sind und nicht so subtil erzählen. Ja. Das sind die Leute, die New Order gut gucken könnten. Wir geben hier beim Tele-Stammtisch ja immer Punkte. Wie viele grüne Farbeimer würdest du dem Film geben, Chris? Ja, ich gebe mal die Hälfte. Ich gebe zweieinhalb grüne Farbeimer. Weil ich kann nicht behaupten, dass ich dem überhaupt nichts abgewinnen konnte. Es war schon drastisch. Und so oder so würde es vermutlich auch tatsächlich ablaufen, wenn die Armen in egal was für einem Land wirklich sich geschlossen formieren und auf alles losgehen würden. Also das Maß der Eskalation, was hier gezeigt wurde, das war schon realistisch. Sollte es jemals zu so etwas wirklich kommen? Und also in dem großen Maße halt. Und das hat geklappt. Aber wie gesagt, da fehlt halt so viel mehr, was ein Film, den man als ein wirklich rundes Erlebtes bezeichnen kann, braucht. Von daher, ja, zweieinhalb grüne Farbeimer von mir. Ich würde dir dazustimmen. Ich gebe dem Film nur einen grünen Farbeimer, weil ich den Twist am Ende mochte. Das hat mir dann besser gefallen als der ganze Film davor. Aber man braucht ja den ganzen Film davor, um das Ende zu sehen. Aber ich habe den geguckt und gehasst. So, aber nicht, weil der schlecht gemacht ist, sondern einfach, weil ich diese Darstellung halt etwas zu krass verquert. Und ja, das hat mir nicht so gut gefallen, wie das alles dargestellt wird. Deswegen gebe ich dem Film einen Farbeimer von möglichen fünf. Ja. Ich kann diese Haltung absolut verstehen. Jetzt habe ich eine Zielgruppe gefunden. Das ist ein Film für Leute, die halt, wenn sie sich rebellisch geben, gerne Wände mit Graffiti beschmieren, aber sonst nichts weitermachen. Diese Leute können sich den getrost gerne ansehen. Ich bin Nina. Ich bin Christopher. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr uns heute. Tschüss. Viva la Revolución. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stamm-Tisch. Mein Name ist Katja und mitten heute dabei ist die Sarah. Hi. Hallo. Und du hast den Film Seven Days War geschaut, der jetzt am 10.8. in die Kinos kommt. Und magst du vielleicht kurz erzählen, was da geht? Ich versuche es. Es ist einer dieser schönen Filme, bei dem ein Junge ein Mädchen trifft und sich verliebt. Aber ihre Liebe soll nicht sein und deswegen entscheiden sich die beiden, wegzulaufen. Zusammen mit ihren Freunden wollen sie für sieben Tage in ein stillgelegtes Kohlebergwerk, um dort den Geburtstag von Aya, das Mädchen, um das es geht, zu feiern. Es stellt sich jedoch heraus, dass sieben Tage einfach so von der Bildfläche verschwinden, in Japan gar nicht so einfach ist und eine Menge Konsequenzen mit sich trägt. Das hört sich irgendwie neu an. Ich habe es noch nie gesehen. War das, was du auch noch nie gesehen hast, ein komplett neues oder kannst du mit irgendwas Verbindung bringen? Ehrlich gesagt nein. Das war mal ein ganz neues, tolles Konzept. Weil die Kinder wollen nichts Böses. Die wollen nur einen Geburtstag feiern und Tschüss sagen. Denn Aya soll umziehen. Nach ihrem Geburtstag oder an ihrem Geburtstag so drumherum soll sie weit, weit wegziehen. Und da sagen sich die Kinder oder Jugendlichen ja eher, ja lasst uns doch alle zusammen den Geburtstag feiern. Einer kommt so ein bisschen widerwillig mit oder eher, man kann auch sagen aus Versehen ist der dabei. Aber an sich ist es eine große Freundestruppe, die zusammenwächst. Denn sie sind gar nicht so beste Freunde am Anfang, aber sie wachsen sehr schön über die Zeit zusammen. Und es beleuchtet viele, viele, viele Facetten und Aspekte der japanischen Kultur auf sehr geniale Weise einfach. Also das ganze Thema Obrigkeitshörigkeit, Individualismus gegen die Gesellschaft, was bedeutet das, wenn du ja kleine Lügen erzählst, um dann vielleicht was Schönes auch zu erleben und sind wirklich alle so gesellschaftskonform, wie sie immer vorgeben. Und das ganz große Thema Korruption in der Politik wird sogar auch noch mit angerissen. Das hat alles dabei. Das hört sich nach sehr viel Stoff für eineinhalb Stunden an. Sehr viel Stoff, den sie aber sehr gut jonglieren können. Also keine Story fühlt sich irgendwie abgehackt an. Bei manchen Storys denkt man sich vielleicht, oh, das hätte auch ein eigener Film werden können. Also erzählt mir mehr darüber. Aber bei anderen Storys, gerade bei der Hauptstory, ist es eine runde Sache. Es gibt wunderschöne Überraschungen in diesem Film. Es gibt Momente, da ist man auch ein bisschen sauer, weil die Charaktere wirklich Charaktere sind. Sie fangen an als ihre Stereotypen und wandeln sich dann immer mehr zu echten Charakteren, die auch so ein bisschen aus ihren Stereotypen des Anime rausfallen. Was ich persönlich sehr schön fand, weil wenn ich nochmal eine Geschichte mir anhören muss, Junge verliebt sich in Mädchen und wir gucken uns 90 Minuten an, wie sie sich gegenseitig anflirten, da kriege ich die Krise. Also es klingt so, als würde der sehr viel Unkonventionelles machen und sehr viel irgendwie ausprobieren und sich auch trauen. Auf jeden Fall. Und was ich auch besonders schön fand, er zeigt sich ja so ein bisschen verwirrend im Trailer. Und das ist gut so. Er verrät nichts im Trailer. Schon gar nicht das Ende. Aber er zeigt vieles, was geschehen kann und es ist auch für alle so ein bisschen was. Das ist ein Schonen, da ist Action, da passieren sogar Kämpfe zum Teil. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen Slice of Life und Romantik und andere Sachen, die ich jetzt nicht verraten kann, weil die sehr viel verraten würden. Es ist ein cooles Überraschungspaket. Okay, und wenn man gerade über den Trailer redet, ich meine, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber was mir aufgefallen ist, ist die Musik im Trailer, ist die den ganzen Film so prominent und auch so gut, weil die Musik im Trailer hat mir echt gut gefallen. Ja, sehr. Also nicht immer prominent in dem Sinne, dass sie jetzt laut spielt, aber oft auch durch ihre subtilen Einflüsse. Und es gibt natürlich ein, zwei Szenen, da geht dann der Hintergrundgesang los. Aber es ist an passenden Stellen und es sind Liedtexte, die auch sehr gut passen. Und eine Entscheidung der Übersetzungsbüros, sage ich mal, fand ich sehr stark, nämlich, dass sie den Gesang nicht übersetzt haben. Beim Gesang gibt es einfach Untertitel. Alles ist gesuppt, also bei allem machen die Synchronsprecher eine wunderbare Arbeit, also Hut ab, super gemacht. Aber bei den Liedern haben sie sich gedacht, nein, das hat jetzt eine gewisse Bedeutung, was hier gesungen wird. Das übersetzen wir einfach nur in Textform. Und das finde ich eine mutige Entscheidung, aber auch eine sehr gelungene und gute Entscheidung. Okay, also das stört dann auch nicht, dass man auf einmal dann reingeworfen wird und Untertitel lesen muss. Das funktioniert gut im Film. Ja, das würde sogar funktionieren, glaube ich, wenn du die Untertitel weglässt, weil du spürst so ein bisschen, in welche Richtung der Gesang geht. Mit Untertiteln ist natürlich die Welt der Interpretationen offen. Dann weiß man, was da besungen wird und man kann sehr viel reininterpretieren, was das auch gesamtgesellschaftlich zum Teil bedeutet. Und ohne Untertitel ist es einfach ein schönes Lied, was gerade super passend für Zustimmung ist. Okay, es klingt ja nach einer runden Sache, der Film. Magst du sonst noch irgendwas anmerken? Lasst euch nicht abschrecken. Gerade von dem etwas verwirrenden Trailer. Nehmt ihn an als das, was er ist, nämlich ein kleiner Einblick in einen wunderbaren Film und glaubt eher dem Titel des Films. Der verrät fast mehr als der Trailer, was ich wunderbar finde. Ich komme da nicht drüber hinweg. Ich freue mich sehr darüber. Okay. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Was magst du für Punkte vergeben heute? Oh. Das Einzige, wo ich Punkt abzugeben würde, ist, dass der Zeichenstil nicht zu 100 Prozent der ist, der mir persönlich gefällt. Deswegen gebe ich 4,75 von 5, was gebe ich denn? Handys. Handys. Sehr gut. Das klingt ja vielversprechend. Dann sage ich, danke für deinen Einblick. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und danke für das Interview. Gerne. Hallo, Urlaubsbegeisterte und Freunde des Meeres. Ich bin Christopher. An meiner Seite ist heute Nina. Hallo. Und wir sprechen über die Doku, Wem gehört mein Dorf? Sie ist ab 0 Jahren freigegeben, dauert eine Stunde und 36 Minuten und Regie führte Christoph Eder. Nina, was erwartet uns, in Wem gehört mein Dorf? Genau, also Christoph Eder blickt ein bisschen hinter die Kulissen von dem Gemeinderat seines Heimatdorfs, wie es halt schon heißt, mein Dorf. Wem gehört mein Dorf? Es wird einfach geguckt, was passiert mit diesem kleinen Ostseebaddorf auf Rügen. Gören heißt das. Und der will halt irgendwie so wissen, wer steckt eigentlich hinter diesen ganzen Bauvorhaben und so weiter. Weil es geht eigentlich im Kern geht es um ein Bauprojekt, was irgendwie so eine Wiese irgendwie soll halt darauf ein Wohngebiet entstehen. Und dagegen ist eine Gruppe, also eine Bürgerinitiative, die wollen das halt verhindern. Und es geht halt darum, was passiert, welche Machenschaften stehen dahinter und wie man sich als Bürger dagegen in Anführungsstrichen wehren kann, wie man als Bürger und Bürgerinnen in einem Dorf sich politisch aktivieren muss, um seine Stadt, sein Dorf einfach für sich auch lebenswert zu gestalten. Richtig, Regisseur Christoph Eder liegt diese Sache da auch sehr am Herzen, weil er in Gören aufgewachsen ist. Wir sehen hier und da auch Bilder aus seiner Kindheit. Und er nimmt eben da die Beobachterperspektive ein. Er interviewt diverse Bürger, Mitglieder des Gemeinderats, den Bürgermeister selbst und auch Leute, die für den Gemeinderat kandidieren. Man hört ihn auch mehrmals aus dem Off. Und er ist schon sehr besorgt, was da passiert. Denn obwohl er versucht, die Sache so nüchtern wie möglich zu betrachten und einfach nur die verschiedenen Perspektiven der Leute, der ansässigen Bürger zu beleuchten und eben zu zeigen, wie sie die Sache sehen, wird jedoch schon ganz klar Partei ergriffen. Also dieser Großinvestor, dieser Herr Horst, der ist hier irgendwie schon ein ziemlicher Bösewicht in den Augen der meisten Leute. Er kommt selber auch zu Wort, aber er wirkt auch nicht furchtbar unsympathisch. Er wirkt halt eher so wie jemand, der sagt, ja, ich schade ja hier niemanden und ich mache hier gute Geschäfte und der Ort profitiert ja auch davon. Aber dann werden hier und da ein paar Dinge offengelegt, wo ich mich dann auch auf die Seite der Bürger von Gören geschlagen habe. Eine Stelle möchte ich dann schon erwähnen. Das fand ich dann schon etwas niederträchtig. Es wird gesagt, dass dieser Herr Horst vorhat, Wellnesscenter beziehungsweise Kliniken in Gören zu errichten. Also unter dem Vorwand, ich mache hier etwas Sinnvolles, wo kranken Menschen geholfen werden kann. Und es stellt sich später heraus, das sollten niemals Wellnesscenter werden, sondern einfach ganz normale Hotels. Und das ist dann wirklich der Punkt, wo du siehst, oh, hier wird also nicht nur radikal in die Natur und die Landschaft dieses Ortes eingegriffen, es wird den Leuten auch noch unter falschem Vorwand etwas verkauft, was sich dann später als ganz anders herausstellt. Ich finde das auch sehr, sehr prägend im Hinblick auf dieses Parkhaus. Das fand ich halt richtig krass. Und auch so diese, weil man will ja keinem was unterstellen, man weiß ja nicht, was passiert ist, wie es passiert ist, aber es wird auch ein Deal vorgestellt. Die Stadt hatte irgendwie, oder das Dorf kriegt im Jahr irgendwie 80.000 Euro durch Parkgebühren. Und dann haben sie irgendwie diesem Herrn Horst, mit dem haben sie einen Vertrag gemacht, er darf irgendwie ein Parkhaus errichten, gibt der Gemeinde 20.000 Euro im Jahr. Genau. Und es darf kein anderer, der hat dann auch eine Wettbewerbsklausel, dass kein anderer für Parkgebühren irgendwie Geld bekommen kann. Und das denke ich mir auch so, wie geht das? Wie? Weil diese Gemeinderatsmitglieder, vor allem es gibt dann halt vier, die maßgeblich irgendwie so seit Jahren da irgendwie beteiligt sind und immer zusammen irgendwie stimmen für für oder gegen Projekte. Und dass die halt so mega davon überzeugt sind, dass sie das halt dann gemacht haben. Und die ganze Zeit weiß man nicht, warum sie das gemacht haben, weil die da sich so rauswinden aus diesem, aus dieser Fragestellung, dass man sich echt denken kann, ob das alles mit rechten Mitteln davor, ja, dass alles so gut passiert ist und so. Das fand ich halt echt, echt krass. Ja, es ist halt ein typisches Beispiel von dem, was in so vielen kleinen Städten nicht nur hier, sondern auch eigentlich weltweit passiert, also eine kleine Gemeinde, die sich selbst ernährt, die eigene Einkommensquellen hat, wird halt entmachtet durch einen totalen Kapitalisten, der mit seinen Großbauten praktisch den ganzen Dorf vereinnahmt. Und es ist schon im Laufe der Zeit geht einem das hier schon ein bisschen nah. Also am Anfang dachte ich mir, okay, das ist nicht unbedingt mein Stil, weil ähnlich wie die Menschen in diesem Ort ist die Inszenierung der Doku sehr, sehr nüchtern, ruhig, gelassen. Da muss man sich drauf einlassen können. Das war mir am Anfang ein bisschen zu spröder alles. Aber dann siehst du, wie sehr diese Leute diesen Ort lieben und viele verbringen schon ihr ganzes Leben da. Und dann auf einmal kommen diese radikalen Veränderungen, mit denen eigentlich niemand da wirklich zufrieden ist, außer eben die Leute, die halt merken, ja, also als Ferienort kann man das hier wunderbar nutzen und da könnte man auch sehr viel mehr noch Geld raus generieren. Das ging dann wirklich schon an einen Punkt, wo ich denke, ja, wie würde mir das denn gefallen, wenn ich einen bestimmten Ort mein Leben lang mein Zuhause nennen würde und auf einmal passiert da sowas. Ja, das ist halt auch so, das sind Fragen, die man muss halt gar nicht so ins Dorf rein, wenn man halt einfach sieht, so in Großstädten, was man da halt so für Wohnungsnot hat, aber es sind überall Wohnungen frei. Das hatte ja, ich glaube, in letzter Zeit war Barcelona immer sehr krass im Gespräch oder Lissabon auch so, dass halt Airbnb das eigentlich so vereinnahmt, nicht die Firma selbst, sondern halt Leute, die halt diese Plattform nutzen, um Investments zu tätigen, dass sie halt Wohnungen aufkaufen, restaurieren oder renovieren und dann halt als Ferienwohnung vermarkten und die Leute, die da wohnen, haben dann keinen Wohnraum mehr. Und das ist halt so, dass diese Themen halt überall stattfinden. Und deswegen finde ich das halt sehr, sehr schön, dass diese Doku damit irgendwie so da reingeht, dass der Filmemacher sagt, hier, das war mein Dorf, aber irgendwie irgendwann werden da keine Leute mehr wohnen, weil nur Ferienwohnungen da sind. Und das finde ich halt sehr spannend, dass diese Thematik halt überall ist, auch hier bei uns. Absolut, das passiert innerhalb von Großstädten, wie auch auf kleinen Dörfern oder eben auch an solchen Orten, die halt praktisch dadurch zu Schaden kommen, einfach nur, weil sie attraktive Natur anzubieten haben. Hast du noch irgendetwas dazu oder können wir dann zu Fazit kommen? Ich würde dann das mit meinem Fazit verbinden und zwar, dass es halt, dass diese Kapitalismuskritik nicht so eine linke Masche ist oder so in dem Film, sondern es kommen sehr viele Leute zu Wort. Die berühmten, also alle Seiten sozusagen kommen da zu Wort. Und man sieht dann halt am Ende auch, dann geht es um die Wahlen, die dann halt da stattfinden, dass halt alle Parteien mehr oder weniger vertreten sind, aber dann diese vier von der Stange sozusagen, die halt diesen Gemeinderat meistgeblich geleitet haben über Jahre und diesem Herrn Horst da sehr viel geholfen haben, dass die durch Demokratie halt irgendwie beiseite geschoben werden und dass man, wenn man halt wirklich sich dann aktiv bemüht, kann man solche Strömungen halt, die einem nicht gefallen, auch Einhalt gebieten. Ich glaube, das war so das, so ein bisschen Demokratie, Hoffnung hat das nämlich ein bisschen geweckt, dass man halt wirklich einfach für etwas stehen kann gemeinsam und dann klappt's auch, auch von allen parteiischen Seiten sozusagen. Das fand ich halt sehr schön. Gut, Punktevergabe, du kannst vergeben, null bis fünf. Strandkörbe. Strandkörbe, ja. Ich würde dem Film dreieinhalb Strandkörbe geben, weil, wie du schon gesagt hast, die Inszenierung ist halt nichts Besonderes. Es ist halt, es schadet nicht, es ist aber auch nicht so, dass man sich denkt, wow, das werde ich jetzt, also diese Bilder werden in meinem Kopf so bleiben und so weiter. Es war so nett anzusehen und so weiter. Was bei mir wirklich hängenbleiben wird, ist diese, erstmal diesen Aufruf, dass man halt was aktiv machen muss, wenn man halt unzufrieden ist. Es reicht ja nicht zu sagen, die machen alles scheiße, sondern man muss halt aktiv sein und dass halt Demokratie dann doch was bringen kann, wenn man halt diese Aktivierung dann hat. Und das finde ich halt, hat dem Film eine sehr schöne Ebene gegeben, die mir dann halt tatsächlich in Erinnerung bleiben wird. Ich schließe mich da an. Ich gebe dann, ja, gut gemeinte drei von fünf Strandkörben. Interessante Thematik, gesellschaftlich äußerst relevante Thematik, die eben schön unaufgeregt daherkommt und sein Ziel deswegen auch nicht verfehlt. Gut, dann danke ich dir, Nina. Gerne, gerne. Danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.